Herzlich Willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast Ausgabe Nummer 502. Mein Name ist René, außerdem mit dabei der Duke. Ja, Servus, hallo. Und die Frau Patricia. Hallo. Die anderen sind leider nicht dabei. Die sind noch hier unterwegs. Die waren ja bis vor kurzem noch mit Fußball 2000 und dem Redline Day unterwegs. Von daher heute hier in kleiner Runde. Aber wir werden natürlich trotzdem über das vor allen Dingen sprechen, was da heute auf dem Transfermarkt noch bei der Eintracht so passiert ist. War ja nicht so viel, aber trotzdem glaube ich mit einer gewissen Aussage. Und dann werden wir uns auch nochmal ein bisschen mit den Bayern und vielleicht auch noch kurz mit dem neuen Herterweg beschäftigen. Schauen wir mal. Aber natürlich am Anfang wie immer einer jeden Folge ein paar Hausmitteilungen. Diese Woche habe ich ja keine Namen rausgesucht, sondern möchte mich einfach nochmal allgemein stellvertretend bei allen bedanken, die uns hier regelmäßig unterstützen, die damit beitragen, dass dieses Projekt hier seit fast 13 Jahren Woche für Woche stattfinden kann. Und vielen Dank dafür und wenn ihr uns noch nicht unterstützt und da können auch schon kleine Beträge 1-2 Euro im Monat einfach, wenn das kommt, helfen, die doch auch leicht gestiegenen Kostenstrukturen hier abzudecken. Von daher vielen Dank, wenn ihr darüber nachdenkt. Alle Infos, wie ihr das tun könnt, findet ihr auf eintracht-podcast.de und da findet ihr auch Links zu unseren Sendungen und natürlich auch alle Sendungen, die wir bisher so aufgenommen haben. Auch ganz alte Schinken, falls da nochmal jemand reinhören will, wie das so transfertechnisch vielleicht vor noch ein paar Jahren war zum Beispiel. So, und jetzt lassen wir uns mal reden über das, was ja heute passiert ist. Seit 18 Uhr ist das Transferfenster in der Bundesliga rum. Das heißt, es können keine Spieler mehr geholt werden, weder per Laie noch per Kauf. Das Einzige, was jetzt noch möglich wäre, wären quasi vertragslose Spieler. Abgegeben werden kann noch durchaus in ein paar andere Ligen, weil da ja der Transferschluss der jeweilig aufnehmenden Liga zählt. Da können wir gleich nochmal drüber sprechen. Und die Eintracht hat tatsächlich ja noch eine Verpflichtung getan und zwar kommt Philipp Max auf Leihbasis von PSW, dem Verein, wo vorher auch schon Mario Götze war. Er ist in einer Leih mit Kaufoptionen. Sehr wahrscheinlich linker Schienenspieler kann zwar wohl auch rechts spielen, aber ich denke mal primär halt eher auf der linken Seite. Und ist damit vielleicht der bessere Costage-Ersatz oder wie siehst du das, Patricia? Ja, also ich finde erstens den Deal ziemlich gut. Also wirklich falsch machen kannst du damit ja gar nichts. Ist ja erstmal eine Laie und ich weiß gar nicht, Kaufoptionen liegt glaube ich bei zwei Millionen Euro oder so. Also relativ kleiner Betrag. Ja, das ist relativ niedrig. Von daher, da kannst du selbst, wenn der jetzt irgendwie nicht komplett einschlägt, dann ist es eine Laie und da musst du ihn gar nicht kaufen. Aber selbst wenn, zwei Millionen ist auch in Ordnung. Aber alles in allem glaube ich auch, dass es eine Soforthilfe sein kann. Klar, der saß jetzt zuletzt bei PSW glaube ich auch auf der Bank. Aber wir haben alle bei Augsburg gesehen, was der Junge kann oder der Mann. Wir wollen ja hier nicht verniedlichen. Ende 20, also ich glaube mit dem jungen Status ist er glaube ich drüber hinaus. Aber 29 eigentlich auch noch ein gutes Alter für Fußballer. Also ist jetzt auch noch nicht so Mitte 30, dass du sagst, okay das wird jetzt langsam eng, da die Außenbahn auf und ab zu laufen. Eigentlich noch voll im Saft und deswegen freue ich mich und bin gespannt, weil es halt auch ist glaube ich, wenn du so einen Wintertransfer machst, ziemlich wichtig, dass es dann auch eine direkte Verstärkung sein kann. Vor allem jetzt mit dem Leihende von Luca Pellegrini, der ist ja auch gegangen und von daher ist ja auch auf der linken Außenbahn nochmal ein Plätzchen frei geworden. Was da noch kommt, also von ihm und wie schnell er sich einfindet, wie mit ihm geplant wird und alles drum und dran. Das steht ja alles offen, aber die Vorzeichen finde ich jetzt erstmal gut und ich finde es ein guter Deal. Dennis, bist du anderer Meinung oder stimmst du dazu? Stimme ich voll und ganz zu. Also nachdem ja berichtet wurde, auch in der letzten Woche eigentlich schon, dass Pellegrini ja eigentlich die Laie von am Ende steht, finde ich es auf jeden Fall gut, dass wir nicht einfach gesagt haben, okay, na dann planen wir eben mit dem vorhandenen Personal, sondern wirklich erkannt haben, die Verantwortlichen, da müssen wir dann nachlegen. Haben wir hier glaube ich mit Max jemanden, der uns definitiv verstärken kann. Patricia hat zwei wichtige Punkte angesprochen, ob sofort er greifen kann, ob er eher perspektivisch oder wie das auch immer abläuft. Es wäre schön, wenn er sofort sich zurechtfindet, aber es ist ja auch schon nochmal ein Sprung und eine Situation, eine große Last auf der Seite auch, um eben das Gleichgewicht links und rechts zu geben und zu erfüllen. Ist bestimmt nicht einfach, aber er hat jetzt beste Möglichkeiten, das in der Leihzeit zu zeigen. Ich habe auch gelesen, es ist tatsächlich keine Kaufoption, sondern wohl eine Kaupppflicht mit Bedingungen, was auch immer das heißen soll. Ja, aber zwei Millionen, ihr habt es schon gesagt, das ist Marktwert laut Transfermarkt, glaube ich, um die sechs, wenn ich es richtig verstanden hatte vorhin. Und ja, also da bist du definitiv auf einer guten Seite, auf der Seite benötigen wir definitiv Personal. Und auch wenn einige sagen, ja, Pellegrini ist mit großem Potenzial ausgestattet und so weiter, ja, das stimmt, so richtig abrufen und so richtig auf die, auch dauerhaft. Das große Problem war ja auch bei Pellegrini oft, dass er ein Spiel gespielt, das war okay, dann ist er wieder ausgefallen, verletzungsbedingt. Dann gab es wohl noch diese Querelen mit dem Trainer und mit den anderen Teilen der Mannschaft. Also ich denke, dafür haben wir uns auf jeden Fall jetzt hier eine solide Nummer auf der linken Seite besorgt. Ja, wie siehst du es denn, René? Also ich fand das prinzipiell erstmal, oder ich finde es nach wie vor eine sehr gute Verpflichtung als ein Spieler ist, der die Bundesliga kennt. Ihr hattet es ja gerade eben schon angesprochen von der Augsburger Zeit. Also er kennt auf jeden Fall die Bundesliga. Ich glaube auch, dass ihm der Auslandsaufenthalt bei PSV auch nochmal durchaus geholfen hat. Ich meine, Götze ist ja auch dahin gegangen. Man hat ja jetzt auch gesehen, dass Götze in der Zeit nochmal gereift ist. Ich würde jetzt mal behaupten, schrägstrich hoffen, dass das bei Max an der Stelle ähnlich ist. Er hat natürlich den Vorteil mit Götze, dass die zwei sich zumindest schon mal kennen. Das heißt, er hat auch direkt schon mal irgendwie einen Anknüpfungspunkt im Kader. Ich verspreche mir auch, dass die Standards dadurch auch deutlich besser werden. Das war ja auch gerade gegen die Bayern, da werden wir gleich auch nochmal drüber sprechen. Ecken waren halt eher so auf dem unteren Niveau. Also auch da habe ich ein bisschen Hoffnung. Und ich würde auch mal davon ausgehen, dass er uns durchaus auch direkt irgendwie helfen kann. Ich glaube, sonst hätte man auch mit dieser Laie von Pellegrini nochmal irgendwie im Moment drüber nachgedacht. Und spätestens mit der Thematik, dass Jan Ibimbe jetzt einfach auch für längere Zeit ausfällt und damit natürlich die offensichtliche Lösung für diese rechte Offensivseite dann tendenziell erster, weil ihn Knauf ist und ein Buta als Backup, weil der ja auch noch erst wieder so ein bisschen in den Rhythmus reinkommen muss. War das eigentlich logisch, dass du auf der linken Seite was tun musst? Ich glaube, im Rahmen der Möglichkeiten und gerade Linksverteidiger, wir hatten es ja in einer der letzten Sendungen schon gesagt, Linksverteidiger ist immer so die Position, wo es am schwierigsten ist, irgendwie adäquates Personal zu bekommen. war das echt ein ganz guter Move, da was an der Stelle zu machen. Ja, da wurde auch nicht viel anderes heiß gerüchtet, oder? Da habe ich was nicht mitbekommen. Für die linke Seite? Ne. Ja. Das war tatsächlich ja andere, alle anderen Gerüchte oder was da an Themen noch im Raum stand, waren ja Innenverteidiger. Alle anderen Positionen richtig. Genau, also für die Linksverteidiger-Positionen war da sonst tatsächlich nichts an Gerüchten irgendwie unterwegs. Und jetzt immer nur draufzusetzen, dass Lenz da spielt, jetzt nicht, weil ich jetzt irgendwie gegen Lenz da irgendwie schießen will, aber einfach mal auch guckend, wir haben jetzt einfach auch noch durch die drei Wettbewerbe, in denen wir dringend sind, eine Menge Spiele, die jetzt auch stattfinden. Da jetzt dann auch ohne einen zweiten Linksverteidiger oder einen zweiten Linksverteidiger, den du einsetzen willst, irgendwie zu agieren. Und ja, du hättest vielleicht noch einen Smolchic, der auch noch auf Linksverteidiger spielen kann, aber den brauchst du ja im Zweifelsfall auch irgendwie für die Innenverteidigung. Also es war schon sehr offensichtlich eigentlich, dass man an dieser Stelle noch was tun musste. Und ich bin froh, dass man das getan hat und wie gesagt, ich glaube schon, dass er uns auch da direkt helfen kann. Er hat ja auch heute schon am Training soweit teilgenommen. Also ich glaube schon, dass man da eine ganz gute Einschätzung einfach von dem Spieler auch schon hat. Und ich bin da ganz froh drüber. Ja, Pellegrini, Patricia hat es schon gesagt, Laie wurde dann jetzt auch vorzeitig beendet. Das war ja auch schon so ein bisschen, was zwischen den Zeilen stand. Ich finde es auf der einen Seite ein bisschen schade, weil ich schon glaube, dass er da noch Möglichkeiten gehabt hätte. Aber ich glaube, er ist auch damals unter anderen Vorzeichen gekommen, auch vielleicht mit dem festen Glauben oder dem festen Gedanken daran, in der Viererkette als Linksverteidiger zu spielen, was ihm vielleicht dann auch eher gelegen hätte. Und ja, ich glaube, das war dann jetzt auch die logische Konsequenz, das Thema dann jetzt auch vorzeitig zu beenden, weil das jetzt irgendwie mitzuschleifen, wohlwissend, dass da alle irgendwie nicht mehr glücklich sind. Und dann vielleicht auch noch irgendwie so ein bisschen die Stimmung am Ende des Tages da zu riskieren, wäre wahrscheinlich auch sehr unklug gewesen. Oder, Dennis? Ja, definitiv. Das Problem ist ja eigentlich auf der Seite auch, selbst wenn Pellegrini mal an sein Leistungsniveau, an sein hohes Leistungsniveau rangekommen ist. Das heißt, wir haben ja in der letzten oder vorletzten Woche, haben wir auch schon drüber gesprochen, die hervorragenden Kretschen, gutes Stellungsspiel und so weiter und so fort, war es doch oft ein Problem. Und das bringt so viel Unruhe in diese Abwehr rein, dass er oft dann nicht zur Verfügung stand im nächsten Spiel. Dann musstest du doch wieder wechseln, dann musst du doch wieder in Lenz reinrutschen. Lenz, auch ein typischer Kandidat für mich, auch zu oft verletzt einfach. Auch wenn es ein guter Backup ist, das ist auch einer, mit dem kannst du keine Runde planen. Und dann hast du im Endeffekt dann noch die Situation, dann fallen Lenz und Pellegrini aus, dann wirfst du wieder von Knauf auf diese Seite. Knauf brauchst du jetzt, weil ihr Bimba ausfällt auf der rechten Seite. Also ist eigentlich fürchterlich. Dementsprechend bin ich froh um jeden Spieler, den wir da bekommen, denn du hast einfach noch unglaublich viele Spiele. Und eigentlich wäre es mir doch am liebsten, ich glaube, da spreche ich hoffentlich für uns alle, dass eine stabile Mannschaft, wenn jetzt hier wirklich ein Max sich da reinspielt und auf der linken Seite gesetzt ist, ist das doch das Beste, was dir passieren kann. Oder, Patrizia, wie siehst du das? Ja, auf jeden Fall. Also vor allem passt das vielleicht letztendlich auch besser. Und ja, ich finde es, wie gesagt, ich glaube, wir wissen es langsam. Ich glaube immer noch, dass Pellegrini ein guter Kicker ist, aber es hat einfach mit der Eintracht nicht gepasst. Dann ist das manchmal so und ich finde es schade. Aber wahrscheinlich ist es, wie ihr auch schon gesagt habt, für beide Seiten das Beste, bevor es da irgendwelche schlechte Stimmung gibt. Beide sind unzufrieden, für beide passt es auch nicht. Er spielt auf einer Position, auf der er nicht sein Leistungsmaximum abrufen kann. Der Trainer ist irgendwie nicht happy, weil der Spieler nicht happy ist. Und das ist halt alles irgendwie nichts. Von daher wünsche ich ihm alles Gute. Ich hoffe, in Italien klappt es besser, auch wenn Lazio nicht der Verein ist, dem ich irgendwie was besonders Gutes wünschen würde. Aber das mal so nebenbei. Aber ja, ich glaube, Philipp Max ist da vielleicht einfach die passendere Wahl. Und ja, wie schon Dennis gesagt hat, er kennt die Bundesliga. Der weiß, was hier auf ihn zukommt. Und ja, von daher ist es wahrscheinlich, also ja, ich will nicht sagen, ist es wahrscheinlich ein Match. Aber könnte eins werden. Und da bin ich gespannt und auf jeden Fall wichtig, dass sich die Eintracht auf der Position nochmal Gedanken gemacht hat und jetzt auch verstärkt hat. Ja, also ich glaube, damit haben wir eine ganz große Baustelle, die sich da aufgetan hatte im Laufe der Zeit, jetzt zum richtigen Zeitpunkt geschlossen. Man hat da jetzt Ruhe reingebracht und kann jetzt auch auf der Position mit einer guten ersten Wahl und einem soliden Backup dann jetzt auch in die kommenden Wochen gehen. Ich meine, jetzt steht in der nächsten Woche der DFB-Pokal an. Dann ist in, das muss ich kurz rechnen, drei Wochen, ja, 21. glaube ich, ja, 21. ist der Dienstag, steht das Hinspiel in der Champions League an. Also da kommen jetzt auch Wochen, wo man durchaus auch ein bisschen rotieren muss. Und da ist es einfach auch wichtig, dass wir diese Lücke geschlossen haben. Da bin ich ganz froh drum. Eine andere Lücke, die man noch versucht hat zu schließen, war ja auch die Frage nach dem Thema Innenverteidiger. Dennis hatte es gerade eben schon angesprochen. Ich glaube, da war man jetzt auch durch den Ausfall von Tutor nochmal so ein bisschen wachgerüttelt und dadurch, dass man ja Ongoné dann jetzt auch per Laie abgegeben hat, sind wir da jetzt auch ein bisschen dünn besetzt. Da hatte man ja nochmal versucht nachzulegen. Wunschkandidat wäre ja, und jetzt bin ich nicht sicher, ob ich den Namen richtig aussprechen kann, Sanjuist, ist das richtig? Von Sporting auf dem Zettel gewesen, der ja auch die Bundesliga schon kennt, war ja früher bei Mainz. Der war in Mainz der Zeiten, ne? Genau, aber da hatte ja Sporting dann jetzt einen Riegel vorgeschoben, obwohl der Spieler, so hatte ich das verstanden, ja gar nicht uninteressiert an einem Wechsel gewesen wäre. Oder habe ich das falsch verstanden, Patricia? Ja, da kannst du nichts machen, wenn der Verein nicht abgibt. Dann gibt er halt nicht ab. Wäre vielleicht ein Weg gewesen für die Eintracht, da schon im Winter jetzt jemanden zu haben. Aber ich glaube tatsächlich auch, dass es reichen könnte mit der Auswahl, die die Eintracht jetzt an Innenverteidigern hat. Es ist klar, so ein bisschen auf Messers Schneide. Aber Tuta ist ja jetzt doch nicht so schwer verletzt, beziehungsweise war jetzt doch nicht so lange weg, wie es vielleicht gedacht war. Von daher, da, Touré hat man noch, Onguene ist gegangen, klar. Aber Haseba hat man gesehen, kann man immer mal reinwerfen für einzelne Spiele. Ich glaube nicht, dass er jetzt regelmäßig spielen kann und wird. Aber ist auch immer eine Option für, wenn es mal wieder brenzlig wird. Und ja, Indica bleibt ja jetzt hoffentlich auch noch bis zum Sommer, wenn jetzt nichts ganz Wildes bis 23.59 Uhr passiert. Von daher, glaube ich, kann man so auch noch die Saison zu Ende spielen. Natürlich wäre es entspannter gewesen, hättest du da jetzt noch einen Saint-Just geholt, der auch, wie ihr gesagt habt, die Bundesliga kennt, Tempo mitbringt. Wäre wahrscheinlich sogar der Idealfall gewesen. Aber ja, was willst du machen, wenn der Verein Nein sagt? Man kann es ja auch irgendwie verstehen, im Winter einen Spieler zu verlieren ist immer ätzend. Die Eintracht hat ja auch gesagt, sie gibt vor allen Dingen keine Leistungsträger ab und wahrscheinlich sowieso eher niemanden mehr. Aber auf gar keinen Fall Leistungsträger. Und ich glaube, das ist nachvollziehbar aus Sicht der Vereine dann auch. Ja, das ist schon definitiv nachvollziehbar. Und wie du zu Recht sagst, wenn der Verein da jetzt erst mal blockt, weil man mit dem Spieler vielleicht auch noch ganz andere Pläne irgendwie hat, dann kannst du da an der Stelle auch nichts tun. Es sei denn, man hätte jetzt die kolportierte Ausstiegsklausel in Höhe von, wo liegt die, 45 Millionen auf den Tisch gelegt. Dann hätte der Verein da auch nichts mehr machen können. Das ist aber, glaube ich, auch fernab jeglicher Möglichkeiten, die die Eintracht da irgendwie hat und auch tun sollte. Das wäre vielleicht so ein bisschen überreagiert gewesen. Das wäre tatsächlich ein bisschen arg überreagiert gewesen. Das wäre eher so ein FC Bayern-Move. Aber ja, ich finde es trotzdem, also ich persönlich bin so ein bisschen nicht damit unzufrieden, dass dieser Transfer nicht funktioniert hat, sondern unzufrieden damit, dass da überhaupt kein Transfer mehr für diese Position passiert ist. Weil ich schon finde, dass wir da durchaus dünn besetzt sind. Also Stamm-Innen-Verteidiger würde ich jetzt mal sagen, ist so ein dicker Tutor. Und in der Mitte muss es schon irgendwie wechseln. Wahrscheinlich irgendwas zwischen einem Hasebe und einem Smolcic. Und dann ist aber auch schon wieder rum. Also du hast einen Touré, der dann noch irgendwie spielen kann. Aber der ist auch so, ja, so eine In-Between-Lösung. Dann hast du einen Jarkic, den du da auch immer mal einsetzen kannst. Aber du hast halt keine zweite Reihe an Innenverteidigern, wo du jetzt auch gerade auch wirklich mal irgendwie wechseln kannst. Und wenn dann einer mal irgendwie wirklich gesperrt ist oder verletzt, dann wird es halt schon wieder Flick-Lösung. Und da muss ich sagen, gerade nachdem man jetzt Unguné abgegeben hat, hätte ich erwartet, dass man da noch irgendwie eine Lösung zieht. Vielleicht kommt noch irgendwas und man hat es jetzt nur irgendwie noch nicht verkündet. Who knows? Aber ich bin da so ein bisschen unhappy mit. Denn das kannst du mich vom Gegenteil überzeugen. Ja, also wie du weißt, bin ich ein großer Freund eines breiten, gut aufgestellten Kaders, der dann auch in die Breite wirklich Qualität hat. Dementsprechend hätte ich es mir natürlich auch gewünscht. Jetzt musst du aber, jetzt bin ich, wie ich dich vom Gegenteil überzeugen kann, weiß ich nicht. Und ich denke auch nicht, weil ich kann mich da selbst nicht überzeugen. Das Einzige, was mich ein bisschen beruhigt, ist das, was du auch schon angesprochen hast gerade. Wir haben gerade im letzten Spiel, wir kommen ja gleich noch aufs Bayern-Spiel zu sprechen, gesehen, dass Hasebe auch mit seinem hohen Alter noch ein richtig hohes Niveau spielt. Das heißt, das ist schon mal ein Spieler, der ist auf jeden Fall für das ein oder andere Spiel jetzt gut und auch noch gut einzusetzen. Jetzt hast du einen Smolcic, auch wenn alle auf ihn schimpfen und sagen, Mensch, der ist noch nicht geeignet dafür. Leute, stopp, das ist wirklich ein guter Innenverteidiger, der einfach auch, ja, vielleicht hat er jetzt mal die Pause gebraucht, der kommt das nächste Mal wieder und wird stärker denn je. Dann hast du im Endeffekt einen, du hast es richtig gesagt, aus dem defensiven Mittelfeld, einen Jarkic, der da hinten nochmal aushelfen kann, wenn wirklich alles schief geht. Und ja, so denke ich schon, dass du ein bisschen spielen kannst. Dann hast du noch die Möglichkeit, auf Viererkette umzustellen, wo du ja jetzt wirklich auch mit einem Max nochmal einen Linksverteidiger hättest. Hast du auf der rechten Seite mit den verschiedenen Optionen, Gut Schändler mal, ja, ob wir den jetzt häufig noch sehen werden, weiß ich nicht. Buta Touré hast du auch schon angesprochen. Also du hast hier wirklich einiges an Personal. Und da sind wir jetzt eigentlich in der Zwickmühle, weil du sagen musst, du kannst hier mit relativ vielen, wenn es auch teilweise Flick und Not- und Aushilfslösungen sind, eine Saison wohl fertig spielen. Jetzt sind wir wieder bei dem Punkt, was willst du erreichen, wie breit kannst du es machen? Kommt halt auch immer drauf an. Also ich meine, ja, du kannst damit zu einem gewissen Maße so eine Saison halt eben zu Ende bringen. Es darf halt nicht tief in die Grütze reingehen. Also wenn da halt irgendwie einer verletzt, einer gesperrt und einer irgendwie schon zwei englische oder drei englische Wochen auf den Rippen hat am Ende der Saison, dann wird es da halt schon irgendwie dünn. Dann hast du da halt keine großen Wechselmöglichkeiten. Nicht zum falschen Zeitpunkt passieren, dass du es im Endeffekt auch in der K.O.-Runde irgendwo hast, klar, logisch. Und wenn natürlich das dann in Kombination mit den ja nochmal, und das hatten wir letzte Woche oder vorletzte Woche, ich weiß es schon gar nicht mehr, ja auch besprochen, jetzt auch nochmal bestätigten Saisonzielen. Man will im DFB-Pokal weiter mit dabei sein, man möchte irgendwie möglichst gegen Neapel sich gut verkaufen. Man will auf jeden Fall die internationalen Plätze irgendwie halten, vielleicht sogar unter den ersten vier. Wenn du diesen Anspruch halt jetzt auch nochmal bestätigst und dann aber gerade an so einer wichtigen Position wie der Innenverteidigung, wo du halt auch nicht beliebig viele Varianten irgendwie hast. In meinem Mittelfeld kannst du noch sagen, so okay, einer von den Offensiven funktioniert nicht, dann gehen wir irgendwie mehr auf die Außen, bringen einen zweiten Stürmer rein, gehen eher auf ein defensiveres Mittelfeld, aber in der Innenverteidigung ist halt schon kritisch. Und das passt halt. Man hat es bestimmt, man wird es versucht haben, also ich glaube schon, dass die Eintracht weiß, Anguene wurde abgegeben wieder erstmal und in Hasebe ist keine Stammkraft mehr. Das wird der Eintracht ja bewusst sein und deswegen gab es ja wahrscheinlich auch die Anfrage für Saint-Just. Da wird ja auch auf den Sommer hinaus jetzt, im Sommer kommt ja noch ein Innenverteidiger, da kommen wir ja gleich noch dazu. Aber ich denke schon, dass die Eintracht sich da einen Innenverteidiger auch gewünscht hätte und alles Mögliche getan hat, um einen zu holen. Aber wenn sich das nicht ergeben hat, dann haben sie sich wahrscheinlich auch dafür entschieden, keine dummen, unüberlegten Dinge zu tun, die dann vielleicht mehr, weiß nicht, entweder finanziell mehr schaden oder irgendwie ein größeres Risiko sind. Und ja, ich glaube, das respektiere ich dann auch auf der Seite wieder. Richtig, das müsste auch jemand sein, der sofort bei der Hälfte, die kosten ja richtig Geld. Also sind wir uns auch einig. Das ist das Problem vor allem im Winter, ne? Richtig. Also ja, und wenn du dann wieder irgendein junges Talent holst, dann ist es halt wieder so, den musst du aufbauen. Und wir bauen ja aktuell eigentlich schon Smolcic auf, der sich, finde ich, schon gut macht und da jetzt auch sicherlich auf seine Einsatzzeiten kommen wird, jetzt für den Rest der Saison. Und das hat auch bei Indica und Tuta hervorragend geklappt, die relativ schnell reinzuwerfen. Und warum nicht auch bei Smolcic? Also klar, da gehört auch immer ein bisschen Glück dazu, aber bisher sieht das ja gut aus. Und ich vertraue da auch drauf, dass er der Nächste wird, der dann auch zur Stammkraft dran reifen wird. Und dann kommt im Sommer eine Verstärkung. Von daher hoffe ich einfach mal, dass wir, also ich glaube, da bleibt jetzt einfach nur noch ein bisschen Daumen drücken, ein bisschen hoffen, dass das verletzungstechnisch nicht so übel wird über die restliche Rückrunde jetzt. Und dann, ja, hoffen wir, dass es im Sommer vielleicht ein bisschen Entlastung gibt auf in der Innenverteidigung, aber vielleicht auch auf anderen Positionen, wo dann Lücken gerissen werden. Ich nehme das jetzt mal, ich nehme das jetzt mal so hin, aber sobald wir an die Situation kommen, dass es da eng wird in der Innenverteidigung und wir nicht wissen, wen wir aufstellen müssen, dann komme ich mit einem fetten Told you so. Dann haben wir aber doch noch die Möglichkeit, oder hat sich hier was geändert, dass wir einen Vereinslosen-Spieler noch holen. Vertragslos. Das ist glaube ich der offizielle, also ich weiß nicht, ob Vereinslos oder Vertragslos, ich hätte jetzt gesagt Vertragslos, aber theoretisch ja, du kannst nach wie vor, jetzt mal irgendeinen random Namen aus der Luft gegriffen, man könnte jetzt noch einen Isco holen zum Beispiel. Ich weiß auch nicht, wie ich auf den Namen... Für die Innenverteidigung. Für die Innenverteidigung zum Beispiel, ja. Wäre interessant, wäre auf jeden Fall ein extrem interessanter Move, aber gut. Man weiß ja nie, was da passiert, ja. Ja, also man könnte an Vertragslosen, Vereinslosen spielen, könnte man tatsächlich noch... Also wenn jetzt der Super, Super-Gao, den du vorhin angesprochen hast, wenn jetzt ein dicker Tutor und was weiß ich, sich alle verletzen und du dann, ja sozusagen, noch jemand mit einer langen Sperre hättest, weil es total was fatal Verrücktes passiert, jetzt toi 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 alle mal auf Holz klopfen, wird auf jeden Fall hoffentlich so nicht passieren. Auf der anderen Seite genau das, was Patrizia sagt. Du hast hier sicherlich einiges versucht und bist ja trotzdem... Wir haben lange Zeit, wenn du überlegt, wie oft wir darüber gesprochen haben, wir sind finanziell problematisch aufgestellt. Corona hat uns ganz schön zugesetzt und so weiter. Das ist jetzt nicht alles weg, nur weil wir mal Europa League gewonnen haben und hier jetzt noch ein bisschen Champions League mitkicken. Das ist halt leider trotzdem problematisch, dass hier gehaushalt werden muss. Dann musst du auch noch berechnen, Innenverteidiger, in Dika wahrscheinlich ablösefrei. Adios, Kamada ablösefrei. Adios musste ja auch wieder Spieler nachholen. Also ich denke, das gehört zum Gesamtkonstrukt und das wollte ich auch vorhin mit dem eigentlich sagen, du hast hier schon relativ viele Optionen. Fürchterlicher wäre, wenn du jetzt wirklich gar nichts mehr an Spielerpotenzial hättest und wärst jetzt schon die ganze Zeit unzufrieden gewesen mit deiner Hauptaufstellung. Also wenn wir jetzt in Dika und Tuta als diese Stützen nicht hätten oder in Touré auch immer noch verletzt wäre, in Smolcic absolut barbarisch fürchterlich performt hätte und ein Hasebe jedes Spiel eigentlich verletzungsbedingt gefehlt hätte, da hätte ich gesagt, ach du Jemini, Eintracht, ihr lauft ja ins offene Messer, seid ihr wahnsinnig. So muss ich sagen, schade, ich hätte es mir wirklich gewünscht, weil du hast es vorhin auch richtig gesagt, René, die Ziele wurden definiert, dass du eigentlich in allen Wettbewerben noch eine Runde weiterkommen willst, du willst oben angreifen und so weiter. Das passt dann nicht ganz dazu, der Transferabschluss jetzt hier. Auf der anderen Seite, das Personal, wenn wir ein bisschen Glück haben und kommen damit durch, haben die auch das Personal da und die Möglichkeiten trotzdem, die Ziele irgendwie zu erreichen. Aber es darf halt nicht viel passieren, das ist es einfach. Es darf halt nicht viel passieren, genau. Ich habe gerade mal bei den vereinslosen Innenverteidigern geguckt, da taucht als einer der ersten Namen Michael Hector auf, den kennen wir doch auch noch. Okay, Michael Hector, wo ist der denn gewesen vorher? Der war in der Saison 2016, 2017 bei der Eintracht. Ja, okay, danke. War von Chelsea geliehen, ging dann auch wieder zurück. Gut. War aber ein geiler Typ. Ja. Ja, ja, ja. Also ja, auch immer gut für eine rote Karte, aber auch ein geiler Typ vom Menschlichen her. Fand ich richtig, richtig cool damals. Ja, hat auch ein paar Einsätze für die Eintracht gemacht, da waren aber auch, ich weiß gar nicht mehr, mit Sicherheit ein paar Karten dabei. Müsste ich jetzt nochmal im Detail nachgucken. Es sei denn, Patricia weiß das auswendig, wie viele rote Karten er bekommen hat. War nur eine in 22 Bundesligaspielen, aber immerhin auch vier gelbe. Was jetzt eigentlich für einen Innenverteidiger, vier gelbe Karten, eine rote Karte in 22 Einsätzen? Also da gibt es mit Sicherheit welche, die da mehr auf dem Zettel haben. Ja. Aber ja, ja, das stimmt. Ja, also gibt es bestimmt ein paar Talente, die da, glaube ich, ganz gut unterwegs sind. Also gar nicht so verkehrt. Aber hat er die Rote nicht direkt bei seinem ersten Spiel bekommen? Ich glaube nämlich schon. Genau, erstes Spiel gegen Schalke in der 79. Minute und durfte dann direkt zwei Spiele auf die Bank. Da dachte man sich schon, das geht gut los. Da haben wir was bekommen für unser Geld. Ach so, ja, und. Beziehungsweise Geldleihe, ne? Genau, das war jetzt das Bundesligaspiel. DFB-Pokal, erste Runde, Magdeburg in der 100. Minute Gelb-Rot. Hat er auch mitgemacht. Also schon ein gewisses Talent. Ja, kein Kind von Traurigkeit halt, ne? Ja, aber muss ja auch vor allem bei, also bei der Eintracht passt sowieso, aber vor allem bei Vintage-Eintracht, muss ich sagen, ist das sowieso auch sehr gut. Ja, genau. Wurde ich gerade sagen. Innenverteidigung, Zambrano, Hector, patz. Da gehst du halt nicht mit dem Fuß hin. Da hast du Angst, dass du ohne Fuß wieder zurückkommst. Gut, also, ihr habt mich ein bisschen, ein bisschen beruhigt. Ich werde trotzdem, sobald die ersten Sperrenverletzungen kommen, werde ich zusammenzucken. In der Hoffnung, dass wenige kommen, aber wenn welche kommen, werde ich zusammenzucken. Jetzt hatte Patricia ja noch angesprochen, dass ja für den Sommer es auch noch Verstärkungen im Hause Eintracht gibt. Ich glaube, offiziell bestätigt ist sie noch nicht. Zumindest habe ich nichts gefunden. Aber der von uns schon angesprochene Pacho wäre ja dann die Variante. Und letzte Woche hatten wir, glaube ich, noch darüber gesprochen, über die im Raum stehenden, was waren es, knapp 16 Millionen Ablöse jetzt scheint sich. Das Thema bei so einem Sockelbetrag von 9 Millionen plus dann wahrscheinlich irgendwelchen Wohnungszahlungen eingependelt zu haben. Frau Patricia, weiß man da schon genaueres zu? Aus unoffiziellen Kreisen. Ich glaube nicht, aber es kann auch sein, dass es an mir liegt, dass ich nur noch nichts Genaueres weiß. Aber alles in allem klingt das doch ordentlich. Also klar, 9 Millionen plus noch weitere diverse Zahlungen, die da anfallen können. Aber ich glaube, das ist für einen jungen Spieler, der hat, glaube ich, auch noch ein paar Jährchen Vertrag, oder? War das nicht so? Von daher, das passt, glaube ich. Also ich finde das in Ordnung. Scheint Talent zu haben. Ich habe jetzt leider nicht so viele Spiele von ihm gesehen, habe aber so ein bisschen gelesen. Und es gab einige Stimmen, die den ganz gut fanden. Von daher lasse ich mich überraschen. Aber ja, ich glaube, das ist ein Deal, den kann man machen. Vor allem, wenn man vielleicht selbst noch ein paar Einnahmen generiert. Was schwierig wird, wenn man bedenkt, dass er dann wahrscheinlich für einen scheidenden Indica kommen wird. Der dann, wenn er aber geht, kein Geld bringt. Ja. Was ein bisschen schade ist. Aber ich glaube, da muss man jetzt auch wirklich so ein bisschen den Erfolg des Vereins vorziehen. Und ja, wenn ein Indica bleibt, vor allem in dieser Innenverteidigung, ist das wahrscheinlich wichtiger als die Millionen, die man durch ihn hätte generieren können. Wenn er nicht verlängern will, dann ist das so. Ja. Aber ich glaube, das kriegt die Eintracht schon finanziell hin. Ist machbar. Und von daher freue ich mich drauf. Weil junger Innenverteidiger klingt irgendwie schon vielversprechend, so vom, was man so liest. Klar, so richtig seriös einschätzen werden wir ihn jetzt, glaube ich, nicht können. Das muss man dann sehen. Aber ich glaube, das ist auf jeden Fall der richtige Weg, weil die Innenverteidigung hatten wir ja eben schon angesprochen. Und es wird nicht besser, wenn man drüber nachdenkt, dass Indica ja vermutlich gehen wird im Sommer. Ja. Und das dann halt, wie du schon so richtig gesagt hast, einfach auch ohne, dass der Verein außerdem dann hoffentlich feststehenden oder das heißt hoffentlich zu dem Zeitpunkt dann feststehenden Absteiden in der Liga und den Pokalen. Das muss man natürlich auch bedenken, dass wenn der Spieler jetzt einfach noch bis zum Ende der Saison bleibt, man hoffentlich einen sportlichen Erfolg hat, den man ja dann auch wiederum in Geld bemessen kann. Das ist natürlich dann halt eher so ein Wagnis, weil du am Ende nicht weißt, wie es ausgeht. Wenn du jetzt einfach noch mal Ablöse bekommen hättest oder einen Vertrag hättest, der einfach noch läuft, dann hättest du was auf dem Tisch liegen. Das hast du halt so nicht. Das ist dann halt schade. Aber ich glaube, das ist halt einfach der Weg, wie das heute in vielen Fällen läuft. Und dann können wir es jetzt auch nicht erzwingen, weil die Alternative wäre jetzt an der Stelle auch nur gewesen, ihn halt wirklich aktiv im Sommer oder jetzt im Winter noch mal irgendwo anzubieten, um da vielleicht eine reduzierte, aber immerhin noch Ablöse mitzunehmen. Aber das wäre dann halt einfach zu 100 Prozent zulasten des sportlichen Erfolgs gegangen. Ja, ich glaube, das wäre nicht vernünftig gewesen. Also es wäre irgendwie noch schlimmer letztendlich, als wenn du ihn dann halt nach Erfüllen des Vertrages ziehen lassen musst, weil man muss auch bedenken letztendlich, ich finde es auch immer schwierig, wenn gesagt wird, oh ja, so dankt man es jetzt der Eintracht, weil letztendlich sind das Verträge und du hast ihn halt erfüllt. Und wenn der Vertrag zu Ende ist, kannst du gehen. Das ist bitter für den Verein. Und natürlich wäre es irgendwie cooler, wenn da noch eine Verlängerung drin gewesen wäre und so weiter und so fort. Aber alles in allem ist es halt ein Vertrag, der endet in diesem Jahr. Und wenn du sagst, ich möchte dann gehen, dann gehst du. Und es ist eigentlich nicht verwerflich. Es ist aber halt natürlich auch aus Fans und Vereinssicht ärgerlich. Aus Fansicht allemal, aus Vereinssicht weiß ich noch nicht mal, ob man sich da jetzt unbedingt großartig beschweren könnte, weil, wie du schon sagst, am Ende des Tages steht da halt ein Vertrag über x Jahre, wo drinsteht, du hast da als Innenverteidiger zu spielen und wir erwarten von dir folgende Leistung. Und wenn wir eins sagen können von dann Endika, dass er seinen Job als Innenverteidiger in den letzten Jahren sehr ordentlich gemacht hat. Also da gibt es auch nichts, was du dem Spieler vorwerfen kannst. Tja. Und das ist halt die Gefahr, die dann da halt einfach passieren kann, dass du keine Ablöse mit dem Spieler erzielen kannst. Das muss man dann halt auch so ein Stück weit einpreisen, glaube ich. Den Zeitpunkt hast du nicht jetzt verpasst, sondern die Verlängerung hätte viel früher dann stattfinden müssen. Wenn du überlegst, dass er jetzt seit fünf Jahren im Verein ist und seit fünf Jahren wahrscheinlich auch keine Anpassung des Vertrages jetzt nochmal, ich weiß gar nicht, oder? Man hätte quasi vor, in der Saison, in der wir die Euroleague bis zum bitteren Ende gespielt haben, da hätte man quasi diesen Vertrag verlängern müssen. Zu dem Zeitpunkt, wo du jetzt mit dem letzten Vertragsjahr in die Saison gegangen warst, war eigentlich schon abzusehen, in welche Richtung das gehen könnte. Das hätte man definitiv... Ein bisschen blöd gelaufen, aber gut, das ist dann halt so. Wobei, auch da muss man sagen, da gehören halt immer zwei Seiten dazu. Wenn dann natürlich der Spieler und vielleicht auch der Berater oder beide zusammen oder nur der Berater, who knows, einfach sagen so, ja, ist halt egal, wir haben ja noch zwei Jahre Vertrag und wir wollen jetzt mal irgendwie ausloten. Zwingen kannst du den Spieler da halt auch nicht. Du hättest ihn dann da halt auch höchstens veräußern können, um dann noch die Kasse damit zu füllen. Rückwirkend muss man dann sagen, hätten wir dann die Euroleague gewonnen, weiß der halt auch nicht, ne? Ja, aber das Risiko liegt ja normalerweise am Anfang, wenn die Vertragsaufzeit so lang ist, eher noch beim Verein, eben im Sinne von verletzlich, der Spieler jetzt performt er auch wirklich so weiter. Ich glaube, Eintracht hätte früher erkennen können, und das ist vielleicht das, was man hier angreifen kann, dass das ein großer, nochmal ein Potenzial, den Sprung, den er jetzt in den letzten zwei Jahren gemacht hat, hättest du das im Endeffekt vor drei Jahren schon etwas, etwas realistischer einschätzen können und gesehen, dann ist es vielleicht so, dass du nochmal einen Vertrag, einen Anschlussvertrag hättest machen können. Natürlich hätte da auch schon mehr Bezüge bekommen, mit Gehaltssteigerung und alles. Das ist ja dann auch wieder das Ding, wenn du zu dem Spieler gehst, mit irgendwie vielleicht noch zwei oder sogar drei Jahren Restlaufzeit und sagst so, ey, wir würden gerne nochmal langfristig mit dir verlängern, weil wir glauben, dass du hier irgendwie, also du musst ja dann irgendeine Begründung geben, warum du mit dem Spieler so frühzeitig verlängern willst. So, und wenn du dann einen guten, oder wenn der Innenverteidiger da halbwegs gewieft ist oder halt eben der Berater, dann ist dem natürlich auch klar, dass du das jetzt nicht aus reiner Nächstenliebe machst und weil du den Spieler für total unfähig hältst, dann hast du halt im Zweifelsfall irgendwelche Klauseln da drin, wie, weiß ich nicht, x-prozentige Gehaltssteigerungen, generell, dass das Grundgehalt angehoben wird, irgendwelche Ausstiegsklauseln, wenn Wunschvereine anklopfen, oder hast du nicht gesehen, da musst du, glaube ich, dann auch eine Menge Zugeständnisse machen. Und dann war halt mit Sicherheit die Frage, ob man zu diesem Zeitpunkt, gerade auch, weil du dich ja auch in dieser Corona-Zeit befunden hast, wie viele Zugeständnisse man hätte machen können. Das war mit Sicherheit dann an der Stelle auch eine ganz klare Abwägung des Vereins. Können wir uns das zu dem jetzigen Zeitpunkt leisten und wollen wir uns das leisten? Und ich vermute mal, dass aufgrund der Rand- und Rahmenbedingungen die Aussage dann an der Stelle war, nein, wollen und können wir nicht. Das ist wohl so, auf jeden Fall. Mit Sicherheit, also was ich nachvollziehen kann und dann ist das halt eben jetzt der Weg, den es da an dieser Stelle gehen wird. Ich glaube nicht, dass da jetzt nochmal in irgendeiner Art und Weise sich irgendwas ändern wird an dieser Situation. Hast du völlig recht. Bei Tuta ist es halt ein bisschen besser gelaufen. Da habe ich gesehen, nämlich der hat jetzt noch bis 26 Vertrag. Ist auch bereit seit 31.01.2019 im Verein. Also da siehst du, da war eine Vertragsverlängerung. Jetzt muss ich mal gucken. Ich hatte vorhin das Fenster offen. Ja, im Mai 2022. Also du siehst, es sind alles Möglichkeiten da, das Vertragsgefüge. Vielleicht ist das dann auch was, was den Spieler oder auch die Situation, die kriegen das ja auch mit. Es wird ja auch veröffentlicht. Wer hat jetzt verlängert? Wie ist das? Manchmal sind es ja auch so Kleinigkeiten, die einfach dann dazu führen, dass einfach der Spieler dann erst mal keine Lust mehr hat. Vielleicht das erst mal hinten anstellt. Dann kommen andere Angebote. Es wird interessanter und so weiter und so fort. Das Einzige, das brauchen wir auch gar nicht jetzt noch weiter im Detail, weil das ist jetzt eh gegessen, glaube ich, die Geschichte. Das Indica wird wohl gehen. Auf der anderen Seite musst du auch aufpassen, dass du natürlich das nicht zu hoch spitzt jetzt. Wenn du eine gute Alternative, jetzt kannst du damit planen, du weißt eigentlich, woran du bist, wirst du wahrscheinlich das Geld eben, Spieler wird dich wahrscheinlich ohne Ablöse verlassen. Dann musst du eben schauen, dass du es einigermaßen adäquat umsetzt. Und wenn Paco da oder Paco oder wie auch immer man ihn ausspricht, eine zumindest perspektivische Situation ist, die wir hier gut unterbringen können, ist es trotzdem wichtig zu sagen, Achtung, Achtung, wir haben hier nicht nur ein Spiel, wir brauchen, denke ich, noch einen zweiten, der uns da weiterhilft. Und da bin ich mal gespannt, wer uns da noch im Sommer hoffentlich dann auch direkt weiterhilft. Weil so richtig klar und deutlich, man muss mal gucken. Ich hätte mir es auch gewünscht, dass es jetzt vielleicht schon mit der Laie funktioniert, dass du jemanden findest, der dir jetzt schon hilft und dann im Sommer sozusagen zur Verfügung steht. Ist jetzt nicht der Fall. Haben sie auch noch ein bisschen Zeit, im Sommer was zu machen? Oder Patrizia, bist du auch relaxed jetzt erst mal? Ja, also ich gebe mir zumindest Mühe. Fürs Erste bin ich relaxed. Sehr gut. Sehr schön. Ja, und dann ist ja die Frage, tut sich noch was? Patrizia hatte es ja vorhin angedeutet, es gibt bestimmte Ligen, in denen liefen oder laufen die Transferfenster noch. Ich glaube, Spanien ist jetzt auch mittlerweile zu, wenn ich es richtig im Kopf habe, ging da das Transferfenster bis 20 Uhr. Das ist mittlerweile auch rum. Was aber ja noch bis 23.59 Uhr geht, ist Frankreich, Italien und leider auch noch England und gerade in England hat man ja gesehen, dass da der ein oder andere Verein ist, der auch dezent überreagiert. Ich weiß nicht, wie viele Spieler hat Chelsea jetzt noch irgendwie hin und her geschoben und Leeds habe ich das auch des Öfferen gesehen und ich glaube, Manchester ist da ja auch noch unterwegs und gerade Manchester waren ja heute dann nochmal die Gerüchte rund um Freund Kamada. Da scheint es sich zwar jetzt so ein bisschen zuzuspitzen, dass das eher ein Marcel Sabitzer wird von den Bayern. Aber ich habe zumindest da heute Mittag nochmal kurz tief eingeatmet, als da die Gerüchtelage im Raum stand, dass ein Menü bereit wäre, für einen Kamada da irgendwas zwischen 15 und 17 Millionen auf den Tisch zu legen. Weil ich glaube, das ist dann auch so ein Geldbereich für einen Spieler, der jetzt noch ein halbes Jahr Vertrag hat, wo du schon sehr genau überlegen musst, ob du dieses Geld nicht dann doch irgendwie in der Kasse haben willst. Oder wie siehst du das, Dennis? Das ist genau der Punkt, ja. Halbes Jahr Vertrag und 15 Millionen in der Tasche ist auf jeden Fall. Das Problem ist, dass wenn das jetzt der Transfer wirklich so stattfinden soll, dann kotzen wir natürlich, glaube ich, ja alle im Strahl, dass dieser Transfer nicht gestern abgeschlossen wurde und du einfach heute hättest nochmal reagieren können. So hast du wirklich dann ein Riesenproblem, weil wir haben es gesehen beim Spiel jetzt auch hier gegen die Bayern, der Moment und der Vorlagengeber, der auch so ein Spiel dann entscheiden kann und das werden wir diese Runde sicherlich noch einige Mal haben, kann eben auch ein Kamada sein, gerade im Zusammenspiel mit Kolo und so weiter. Also es würde auf jeden Fall sehr, sehr wehtun. Der Abgang jetzt auch noch, wo alles fertig ist, alle Fenster geschlossen sind und so als Last-Minute-Abgang, das wäre das Bitterste, was dir passieren kann. Ob die somit dann darüber hinwegtrösten kann, sicherlich ein bisschen, aber dann sage ich mir halt auch, meine Güte, warum habt ihr das nicht gestern gemacht und zum gleichen Preis und heute hättest du nochmal nachlegen können mit irgendeinem Transfer. Das ist natürlich dann totaler Abfuck auf gut Deutsch. Aber mal sehen, also wie du sagst, das Verrückte ist ja, den Menjo und Co. ist es leider zuzutrauen, dass die hier nochmal sowas rausschießen. Aber ich drücke die Daumen, dass wir jetzt wirklich so die Mannschaft zusammenhalten können, weil ich glaube, so oft wie wir auf Kamada geschimpft haben, so wichtig kann er jetzt auch in der Rückrunde noch für uns werden. Ja, also ich gerade auch da wieder bei dem Punkt, dass man die Vereinsziele oder die Erfolgsziele bestätigt hat und ja auch Grösche gesagt hat, man möchte eigentlich da jetzt keinen wirklichen Leistungsträger mehr abgeben. Glaube ich nicht, dass man da jetzt unbedingt was tun wird. Aber ich meine, das Risiko besteht halt noch, dass, weiß ich nicht, irgendein, irgendein absolut verrückter Investor von irgendeinem Premier League Club jetzt einfach nochmal die Schatulle aufmacht und da irgendwie Betrag X auf den Tisch legt. Also es kann halt nochmal irgendwie spannend werden. Ich hoffe es nicht, aber ja, schauen wir mal. Ich vertraue jetzt einfach mal, ich vertraue jetzt einfach mal darauf, dass wir wirklich keinen Leistungsträger mehr abgeben jetzt im Winter und vor allem nicht innerhalb der letzten drei Stunden, weil ich war, also klar, natürlich würde das helfen, letztendlich das Geld in der Kasse zu haben und für, man muss ja auch sagen, den Spieler, der wirklich viel wert ist, dann noch irgendwas zu bekommen, bevor man im Sommer gar nichts bekommt, aber auch das würde ich als erfolgsgefährdend ansehen, wenn man da jetzt noch einen Kamada verliert. Also wenn man das irgendwie schaffen kann beziehungsweise, was heißt schaffen kann, man kann das auch einfach abblocken und sagen, hey, nein, der geht nicht und vor allem nicht mehr jetzt, wo wir kein, also adäquat wahrscheinlich sowieso nicht, aber wo wir keinen Ersatz mehr aus dem Hut zaubern können. Von daher hoffe ich, dass das, ja, dass das Wort gehalten wird und da wirklich keiner mehr geht, weil Kamada auch vor allem als variabler Spieler so wichtig, der kann ja jetzt mittlerweile nicht nur im offensiven, sondern auch im etwas defensiveren Mittelfeld spielen und auch wenn das vielleicht jetzt so zum Start der Rückrunde nicht seine beste Phase war, ist es trotzdem ein Spieler, der so viel Qualität mitbringt und der der Eintracht auch so viele Spiele gerettet hat. Also es gab einige Spiele, in denen ich mir gedacht habe, hätten wir Kamada nicht gehabt, wäre da erst mal gar nichts gegangen nach vorne und vor allem nichts Kreatives geschehen. Natürlich ist das jetzt immer besser geworden, man hat einen Linström, man hat auch einen Mario Götze. Ja, ne, also man hat jetzt gutes Personal auch neben Kamada, finde aber trotzdem, dass er immer noch ein sehr, sehr wichtiger Spieler ist und den Unterschied machen kann und ich glaube vor allem, wenn man sich jetzt auch wieder auf die Ziele beruft, die wir vorhin ja schon angesprochen hatten, ist das auch einen Spieler, den man auf jeden Fall braucht und mit dem man auch auf jeden Fall plant. Ja. Ja. 100 Prozent möge Menjo doch einfach hier dieses Sabitzer Ding irgendwie unter Dach und Fach bringen, dann kann ich auch nachher beruhigt schlafen. Also wenn ich mir was wünschen darf. Isco will noch irgendwo hin wechseln. Also, ne, vielleicht. Das muss man schon auch sagen, das war auch irgendwie eine komische Geschichte. Also erst mal, dass Union, also Union macht einen super Job und alles fein. Ich gönne es denen wirklich, aber trotzdem so diese, dieses, ja, wie soll ich es denn beschreiben? Diese, diese Wahrnehmung oder dieses, dieses Verhältnis zwischen, auf der einen Seite hast du Union Berlin, die jetzt zwar auch schon seit Jahren sich in der Bundesliga irgendwie festgesetzt haben, aber die für mich immer noch so dieses Underdog-Aufsteiger-Fußball- Image haben, was sie ja auch schon nicht mehr haben. Also die spielen ja auch mittlerweile ganz anders, aber irgendwie ist das immer so das, was ich da als erstes im Kopf habe, wenn ich dann Union Berlin höre und auf der anderen Seite taucht dann ein Name auf wie Isco und es ist halt nicht einfach nur irgendwie ein Gerücht, sondern es war ja eigentlich fix, der war ja quasi schon da und es ging ja jetzt nur noch darum, irgendwie den Vertrag zu unterschreiben. Also es war ja schon weit mehr als das Gerücht und dann am Ende scheitert es halt, weil halt irgendwie, weiß ich nicht, wer auch immer sich auf dem letzten Moment noch überlegt hat, so nach dem Motto, nee, aber den, die Klausel hätten wir jetzt gerne noch und da hätten wir jetzt vielleicht gerne noch irgendwie mehr oder weniger Geld. War halt schon irgendwie so ein bisschen, so ein bisschen strange, das aus der Entfernung zu beobachten und ich finde es auch irgendwie ein bisschen schade, ich hätte gerne irgendwie dieses Experiment gesehen von einem Union Berlin, einem Trainer Urs Fischer und einem Isco, der da im offensiven Mittelfeld steht. Das hätte ich halt echt gerne gesehen. Es hat sich ein bisschen angefühlt wie so ein zufälliger Transfer, der so bei Fußballmanager in der Saison im Transferfenster passiert oder auch bei FIFA im Karrieremodus, wo dann immer steht, der und der ist jetzt gerade da und dahin gewechselt und dann dieses Isco Union Berlin war einfach so ein zufälliges Videospiel-Transfer-Ding, als es aufkam. Ich dachte, das ist komplett random. Da hat die KI einfach gewürfelt und es kam halt irgendwie blöd bei raus. Ja. Aber das hätte es halt irgendwie so lustig gemacht an der Stelle halt wieder irgendwie. Aber wie gesagt, ich finde es ein bisschen schade, dass es jetzt nicht zustande gekommen ist. Ich hätte das echt gerne gesehen. Aber ja, who knows? Ich meine, wenn jetzt doch Kamada noch irgendwie geht, vielleicht ist das dann die Alternative. Aber ich glaube, der will auch gehaltstechnisch, den kriegst du jetzt nicht irgendwie mit einer Mille im Jahr da irgendwie abgefrühstückt. Ich glaube, da musst du schon ein bisschen tiefer in die Tasche greifen. Davon ist auszugehen auf jeden Fall und auch mit Handgeld und was weiß ich, was da noch alles fließen müsste. Also billig wäre es definitiv nicht. Aber ihr habt schon richtig gesagt, vereinslos ist er. Dementsprechend wäre es der Notfallnagel. Ja, wäre aber dann auch die Frage, ob damit dann im Zweifelsfall auch die gleiche Qualität und der gleiche sportliche Erfolg kommt wie ein Kamada. Klar, Isco ist jetzt wahrscheinlich auch einfach aufgrund seiner Erfahrung und so weiter nochmal einen Ticken über Kamada. Aber Kamada hat halt den entscheidenden Vorteil, dass er einfach in der Mannschaft schon lang genug drin ist und du da jetzt nicht erst wieder irgendwie Integration machen musst. Und ich glaube, Isco ist dann auch vom Charakter her so ein Spieler, der im Zweifelsfall sagt von wegen was, ich spiele euer System, nee, nee, ihr spielt mein System. So, dann hast du nämlich die Frage wieder aufgemacht und ich glaube, das ist auch nach wie vor. Wir sind uns alle einig, dass wir lieber Kamada behalten. Alles gut, René, alles gut. Okay, ich führe es nicht weit aus. Ja, genau. Es wäre auf jeden Fall der Notfallplan und ja, ich sage mal, das ist ja das Wichtige. Wenn die Eintracht es hinbekommt, und da sind wir doch, glaube ich, uns auch alle einig, die Spieler, es funktioniert wirklich, wie Grösche vorher gesagt hat, glaube ich, gestern oder vorgestern schon, Leistungsträger werden keine mehr abgegeben. an der einen oder anderen Stelle haben wir jetzt noch mit Max zumindest hier auch jemanden, der uns noch weiterhelfen kann, hoffentlich weiterhelfen kann und na, da denke ich schon, wir werden hoffentlich sehr viel Spaß wieder mit der Eintracht haben und ein bisschen Glück noch dazu und du hast ja wirklich wahrscheinlich am Ende wieder eine sehr, sehr, sehr schöne, schöne Saison mit vielen Highlights. So nehmen wir das jetzt mal. Wer am vergangenen Wochenende wahrscheinlich nicht ganz so viel Spaß mit der Eintracht hatte, war der FC Bayern, um da mal diese Möglichkeit der Überleitung zu nutzen. Die Eintracht mit ein paar Veränderungen in der Aufstellung, wir hatten ja letzte Woche schon, als wir unsere Aufstellung gebastelt haben, auch die ein oder andere Veränderung drin und Olli Glasner hat das auch zu einem gewissen Grad übernommen und hat noch einen draufgesetzt, also wie zu erwarten war, Hasebe in der Innen, Verteidigung anstelle von einem Smolcic, ein Buter auf der rechten Seite, weil ein Ibimbe ja ausfiel, linke Seite hatten wir ja in unserer Theorie eher gesagt ein bisschen defensiver mit Lenz, da hat dann doch Zim Knauf gespielt und in der Mitte Kamada raus und dafür Rode rein, der ja auch relativ lange gespielt hat und die Taktik von Glasner war ja in der ersten Hälfte, wir lassen vielleicht ein bisschen spielerische Qualität eher draußen und ein bisschen Offensivdrang und machen dafür aber einfach hinten eine stabile Defensive und sorgen einfach dafür, dass der FC Bayern vielleicht jetzt uns nicht direkt irgendwie überrennt, die ja auch unter einem gewissen Druck standen, die ja schon aus zwei Unentschieden in der Woche kamen und dementsprechend dann eher auch den Druck hatten, da jetzt Tore mitzunehmen. Wie habt ihr denn so die erste Halbzeit gesehen? Weil das war die Hälfte, die ich halt eben nicht live gucken konnte, ich konnte erst ab der zweiten Halbzeit live einsteigen. Was war denn so in dem Moment so eure Wahrnehmung von der ersten Hälfte? Frau Patrizier, die haben wir schon länger nicht mehr gehört. Also ich fand es sehr vorsichtig, muss ich sagen, aber ich war auch froh, also man hat es ja schon an der Aufstellung gesehen, dass das ein bisschen defensiver, ja, dass der Ansatz ein bisschen defensiver gewählt ist und ich glaube, das war auch genau das Richtige um auswärts bei den Bayern. Wir wissen es, da kassiert man auch gern mal ein paar Törchen mehr, soll schon vorgekommen sein, von daher fand ich den Ansatz ganz gut, da erst mal so ein bisschen abwartend reinzugehen und vor allem halt das Zentrum dicht zu machen und hinten sicher zu stehen, kein frühes Gegentor zu fangen und das hat ja auch ganz gut funktioniert und dann so ein bisschen zu schauen, wo, in welche Richtung entwickelt sich das Spiel, wie weit können wir selbst irgendwie vorgehen, weil ich fand die Eintracht in der ersten Halbzeit schon wirklich sehr, sehr defensiv, also sehr weit zurückgezogen, da war ja irgendwie gar keiner mehr über der Mittellinie, aber letztendlich finde ich, hat sich's ausgezahlt, ja, um da erst mal überhaupt ins Spiel zu finden und letztendlich, zweite Halbzeit, kommen wir ja gleich noch dazu, war da ein anderes Bild und man hat auch gesehen, dass man da mutiger wurde und auch sein eigenes Spiel so ein bisschen durchgebracht hat und dann auch mehr Offensivaktionen hatte, aber ich glaube, das war das richtige Mittel zur richtigen Zeit, erst mal defensiver zu beginnen. Ja, man muss dazu sagen, die Innenverteidigung der Bayern waren auch, also zumindestens Delikt war relativ früh verwarnt, Sommer hat ja auch relativ früh dann die gelbe Karte bekommen, das war ja nach dieser komischen Rutschaktion, das war natürlich auch clever, da einfach frühzeitig irgendwie gerade auf den Positionen für Karten zu sorgen, aber du hast schon gemerkt, man war von der Eintrachtseite, man war ein bisschen sehr, wie du schon gesagt hast, zurückhaltend, man war glaube ich auch einfach bemüht da aus der Erfahrung, aus dem Hinspiel, da nicht zu viel zuzulassen, auch man muss natürlich auch dazu sagen, da gab es ja auch die eine Aktion, ich weiß nicht mehr genau in welcher Minute das war, wo Trapp quasi zweimal auf der Linie den Ball dann hält, ich glaube, das waren beides, mindestens eins davon war ein Schuss von Müller, ich weiß nicht mehr von dem, der zweite war, also da können wir auch wieder sehr froh sein, dass wir einen Kevin Trapp im Tor hatten, das hat uns da auch nochmal ganz ordentlich geholfen und dann kannst du am Ende des Tages wahrscheinlich in München mit entnervten Bayern froh sein, wenn du nur zur Hälfte ein 1 zu 0 gefangen hast, was wahrscheinlich, wenn man jetzt nicht und jetzt übertreibe ich, ich weiß gar nicht, ob ich übertreibe, aber ich stelle es jetzt mal so provokativ in den Raum, wenn du nicht auch noch den Bayern-Bonus bekommst und der VHR da nicht einschreitet, nur 1 zu 0 hinten zu liegen zur Hälfte ist wahrscheinlich in Ordnung. Was war denn so eure Situation bei diesem 1 zu 0 mit diesem vorangegangenen Foul? Ist euch das in dem Moment direkt aufgefallen oder kam das dann erst einen Ticken später durch Twitter beziehungsweise dann die die Wiederholung, dass das Tor wahrscheinlich so gar nicht regelkonform war? Dennis, wie war das denn bei dir? Ja, im laufenden Spiel ist mir nicht ganz so aufgefallen, lag aber, ich weiß gar nicht, warum es, weil ich hatte es dann in der Wiederholung nochmal gesehen gehabt und habe gedacht, das hast du vorher nicht wahrgenommen. Also die Situation war für mich, für mich war es einfach ein bisschen zu schnell, keine Ahnung, dann souverän rausgespielt von den Bayern, auch über diese 3, 4 Bälle, die danach noch kamen, zu inkonsequent von der Eintracht rausgegangen und ja, dann eben das Tor gefallen und als dann eben es darum ging, es wird nochmal geprüft, wird nochmal geschaut und also umso häufiger ich mir das in der Wiederholung angucke, umso mehr muss ich sagen, okay, sehr seltsam, dass das nicht gepfiffen wurde, dass das tatsächlich gezählt hat, aber wie gesagt, aus dem laufenden Spiel heraus, da habe ich es nicht gesehen. Da auch einmal die Kritik hier nochmal an dem wunderbaren Sky oder wer auch immer dieses Weltbild für wen auch immer produziert, also die Wiederholung da zu zeigen, teilweise auch von Szenen während des Spiels, da war ja auch sehr, sehr mager, aber dazu können wir gleich nochmal was sagen. Patrizia, wie hast du es denn wahrgenommen? Hast du es direkt gepöbelt, den Fernseher angeschrien, weil du gesagt hast, das war doch eindeutig faul? Ich glaube, das war auch wirklich eine dieser Szenen, die dann nicht nochmal wiederholt wurden, also wo du gesagt hast, ich hätte das jetzt gern nochmal gesehen und es kam einfach nicht. Die haben dann 300 Mal die Szenen danach gezeigt, immer wieder, immer wieder in der Wiederholung, aber diese eine Szene mit diesem faul oder eben nicht faul, was es denn nun mal war, kam kein einziges Mal mehr irgendwie und das hat mich ein bisschen aufgeregt, also ich hätte es gern nochmal gesehen, um das irgendwie besser einschätzen zu können, aber ich finde auch, man hätte das durchaus abpfeifen können. Ja, um an dieser Stelle dann nochmal hier den Aluhut-Gedanken noch ein bisschen weiterzuführen. Ich glaube auch in den Highlight-Dingern ist es in der Entstehung des Tores drin, aber bei den Wiederholungen fangen die Wiederholungen dann auch tatsächlich immer erst danach an. Also auch da habe ich es nicht mehr wirklich gesehen, zumindest nicht in den Sportstudio und sonstigen Wiederholungen. Ein Schelm, wer da Böses beidenkt. Ja, aber das ist es halt. Also, wenn du es dir anschaust, es nervt schon, es ist wieder so eine Situation, wo du einfach, gut, wenn es so entschieden ist, der Schiedsrichter steht, glaube ich, direkt dahinter im Laufenden. Ja, dem Schiedsrichter mache ich da an der Stelle keinen Vorwurf, der steht da an der Stelle vielleicht auch nicht optimal, der guckt vielleicht in dem Moment auch tendenziell eher auf den, auf die Füße, auf den Ball und guckt, ist da irgendwas, hakt da irgendwie einer ein oder sonst irgendwas und in dem Fall ist der Schubser von Coman war es, glaube ich, ist ja schon eher oben, das sieht der vielleicht an der Stelle nicht, also ich mache dem Vorwurf da halt schon ganz einfach dem Video-Referee, weil aus meiner Sicht und das hatte, glaube ich, Basti ja bei Fußball 2000 auch gesagt und so, war auch bisher mein Verständnis, solange das zum selben, zur selben Spielszene gehört, also wo man jetzt nicht irgendwie sagen kann, okay, das war jetzt so irgendwie krasser Break, dass das jetzt irgendwie eine komplett neue Spielsituation ist, sondern das ist dieselbe Spielszene, muss das aus meiner Sicht dazugehören und diese Balleroberung, die ja durch dieses Foul passiert, das Rausspielen, um quasi die Offensivaktion zu verlagern, ist für mich eine Spielszene und die fängt halt genau, wenn du das so willst, mit diesem Foul im Zweifelsfall an und deswegen verstehe ich nicht, dass das an dieser Stelle von dem Video-Referee nicht gesehen wurde und Manuel Gräfer hatte ja auf Twitter auch das genauso beschrieben und sagt, für ihn als Ex-Schiedsrichter ist das auch nicht nachvollziehbar, dass diese Szene vom VR nicht da mit rangebracht wurde und man da nicht gesagt hat, so nach dem Motto, nee, eigentlich hätte das Tor an der Stelle nicht zählen müssen und da bleibe ich dabei, das ist halt, bei den Bayern wird die nicht gegeben und wenn du das nächste Woche bei, weiß ich nicht, Köln gegen Augsburg hast, dann wirst du da irgendwie ein 15-minütiges On-Field-Review sehen und da wird die aber ganz klar zurückgenommen, also so ist zumindest meine Wahrnehmung und ich würde jetzt mal ganz steif und fest behaupten, dass das bei ganz vielen anderen da draußen auch so ist und selbst wenn die Tatsache nicht so ist, allein, dass das von einem Fußballfan nach wie vor so wahrgenommen wird mit einem Handwerkszeug, wo uns immer verkauft wurde, das soll den Sport gerechter werden oder machen und nach wie vor sich noch beharrlich diese Wahrnehmung bei den Fans hält, dass das nicht gegeben wird, wenn es gegen den FC Bayern ist, das zeigt doch auch wieder, dass einfach dieses Ding komplett von Arsch ist. Ist so, auf jeden Fall könntest natürlich hier sehr viel mehr Transparenz schaffen, indem du die Unterhaltung zwischen der Schiedsrichter und VAR vielleicht auch ein bisschen zur Verfügung stellen würdest, dass zumindest man da auch mal weiß, über was haben die gesprochen, vielleicht hat ja auch der VAR gesagt, ja, wir haben es noch mal angeguckt, in der Entstehung hast du den Rempler gesehen und wenn der Schiedsrichter sagt, ja, habe ich gesehen, brauche ich mir nicht anzugucken, dann ist es eine Tatsachenentscheidung, dann wird nichts mehr überprüft. Das wäre natürlich dann sowas, wo du einfach siehst, wie ist das überhaupt entstanden, weil alles, was wir jetzt hier mutmaßen, natürlich fragt man sich, warum sagt dann nicht der VAR, guck sie am Rand mal an, hast du das faul gesehen und schau dir mal an, was da die Hände machen, das hat doch da nichts zu suchen, das ist doch eine, in Anführungszeichen, eine klare Fehlentscheidung, weil das ist ja der notwendige T-Not, damit das Tor sozusagen nicht zählen darf. Auf der anderen Seite, ohne dass wir wissen, über was die sich da sozusagen unterhalten, den lieben langen Tag, wenn sie da ihre Unterhaltung führen, ja, bleibt da viel. Haben sie Backrezeptor oder irgendwas ausgetaucht? Ja, genau, genau, oder, na siehste mal, haben die Bayern endlich das 1-0 gemacht, hat auch lange genug gedauert, haben sie sich vielleicht drüber unterhalten, wahrscheinlich hat er gesagt, jetzt passt mein Wettschein, kannst du mal irgendwie auscashen oder irgendwas. Ja, Spaß, wahrscheinlich wird nicht passiert sein, aber, ja. Nein, aber bin ich bei dir, bin ich bei dir, es ist natürlich blöd und die Transparenz fehlt völlig, wir reden hier jede Woche und ich glaube, wenn du hier nicht nur über die Eintracht sprechen wirst, sondern generell über die Bundesliga oder auch wahrscheinlich nicht nur Bundesliga, sondern generell Fußball, dieser VAR funktioniert an vielen Stellen noch überhaupt nicht, und die Transparenz ist nicht gegeben, da ist nachzuarbeiten und, ja, ich denke, ein erster Schritt wäre zu verstehen, was, über was unterhalten sich die da eigentlich während der Entstehung von so einer Situation und Entscheidung und das, solange das nicht transparent offengelegt wird, ist ja, glaube ich, immer viel, viel Platz für, ja, Gehirnschwurbeleien auf unserer Seite auch, ne, also, machst du ja viele Gedanken, was ist da los, was haben die jetzt da gesagt, ist das wieder der typische Bayern-Bonus oder war es eine ganz eindeutige Geschichte und für den Schiedsrichter war es eindeutig, dass es kein Foul ist und dann ist es auch nicht zurückzunehmen, dann muss man es akzeptieren, so ist es halt leider. Ja, yes, yes, aber die Eintracht in Hälfte 2 hat sie sich nicht davon abschrecken lassen, hat, äh, eine andere, ja, Philosophie auf den Platz gewählt, war viel offensiver, ist viel früher ins Pressing gegangen, ähm, also Klaasner hatte ja auch ganz klar gesagt, man wollte da einfach dann auch viel mehr Spielanteile, ähm, übernehmen, hat ja dann auch in der 60. und um die 60. Minute gewechselt, eine Rode ist dann runtergegangen, dafür kam ein Kamada rein, ein Buree kam für einen Lindström, was ja dann auch, ähm, zumindestens mit Kamada die richtige Entscheidung war, der ja dann auch bei dieser Offensivaktion, aus der dann, äh, Kolo Mouani am Ende das 1 zu 1 macht, ja dann auch den, den entscheidenden, das entscheidende Ding eingeleitet hat, ähm, und da muss man halt auch sagen, da war die Bayern-Verteidigung an der Stelle wahrscheinlich auch irgendwie nicht so ganz wach, ähm, man hat sich viel zu sehr auf Kamada konzentriert und zu wenig auf Mouani, wobei man auch sagen muss, dass die Ballannahme und dieses, dieses Speed aufnehmen und das Ding dann einfach gekonnt da ins lange Eck schieben war auch schon, ja, also, das ist, da gibt es wahrscheinlich nicht allzu viele, die das so gekonnt dann machen und das, äh, macht einem dann auch wieder Angst für den Transfersommer, aber da wollen wir jetzt gar nicht erst mit anfangen, äh, aber war ein schönes 1 zu 1 und, äh, dann auch den Bemühungen der Eintracht entsprechend, äh, sehr verdient, oder, Patricia? Ja, finde ich auch. Ich fand, ähm, es war auch die richtige Entscheidung, ähm, da offensiver zu gehen und zu, weil ich glaube, man hat gemerkt, da geht was heute, auf jeden Fall, die Eintracht, ähm, die Eintracht kann sich da ruhig was trauen jeder Verein, weil es einfach eine krasse Maschine ist, aber, ähm, ja, war absolut verdient, finde ich, und, ähm, stark, dass man sich belohnen konnte, ähm, auch wichtig, dass man da so langsam ein bisschen reinkommt, also ich hoffe zumindest, dass das jetzt so die, ähm, ja, das Ergebnis dessen war, dass man sich da vielleicht wieder ein bisschen mehr findet und, ähm, ja, diese Winterpause war einfach zu lang und, ähm, Olli Glasner hat ja selbst gesagt, wir brauchen so ein paar Spiele, um reinzukommen, ähm, ja, das hat man gesehen, Schalke und Freiburg war, ähm, im Gegensatz zu dem Bayern-Spiel waren die beiden Spiele deutlich schlechter und ich hoffe, dass das jetzt so, ähm, ja, dass darauf aufgebaut wird und, ähm, die Abwehr war deutlich stabiler und jetzt auch nach vorne, finde ich, hat's, äh, besser harmoniert, klar, es gab immer noch Kleinigkeiten, Absprachen, die nicht so ganz geklappt haben, auch, finde ich, beim, beim Gegentor war das wieder so ein Ding, äh, da stand ja, ich glaube, es war Sané komplett frei, ähm, und man hat, ja, keiner hat ihn gedeckt und irgendwie hat ja, glaube ich, sogar noch, äh, jemand hingezeigt und gesagt, hey, da, ne, aber es hat keiner hingelaufen und ich glaube, es war einfach so ein bisschen ein Kommunikationsproblem und da merkt man, das hat sich noch nicht komplett eingespielt und die Abstimmung stimmt auch noch nicht immer, sowohl nach vorne als auch defensiv, aber, ähm, es wird, ich fand, das war eine deutliche Leistungssteigerung jetzt gegen die Bayern und, äh, das ist so, was ich aus dem Spiel mitnehme und was mir Hoffnung gibt jetzt, weil jetzt geht's ja wieder Schlag auf Schlag, also englische Woche steht an und so weiter und so fort, also wäre gut, wenn man da jetzt so langsam wieder, ähm, in Fahrt kommt. Ja, äh, damit geht die Eintracht mit fünf Punkten und ungeschlagen aus dieser, aus dieser englischen Woche, wir hatten in der, in der letzten Sendung schon drüber gesprochen, dass vier Punkte eigentlich so das war, wo man gesagt hat, okay, das ist das Ziel für die Woche, ich glaube auch, wenn man sich die, die Gegner anguckt, ähm, Freiburg ist extrem stark nach wie vor auch diese Saison, Bayern hatten wir jetzt auch schon intensiv drüber gesprochen, ich glaube, da kann man sehr zufrieden mit sein, ähm, diese fünf Punkte geholt zu haben und wie Patrizia gerade eben zu Recht gesagt hat, man hat im Bayern-Spiel gesehen, dass einfach, dass wie in der Mannschaft wieder auf einem Niveau ist, wo man es haben will im Vergleich zu den Spielen davor und das gibt einfach auch Hoffnung für, für die kommenden Spiele, wo ja jetzt auch die Taktung dann durch Pokale und so weiter wieder ein bisschen zunehmen wird. Ja, und dann müssen wir erst nach vorne gucken, ähm, wir spielen am Samstag 15.30 gegen, äh, die Hertha, die am Wochenende ja auch Schlagzeilen gemacht hat, allerdings nicht mit guten Fußballspielen und auch nicht mit vielen Punkten, sondern damit, dass sie für mich durchaus überraschend, ähm, nicht den Trainer entlassen haben, sondern mit, äh, Fredi Bobic, der Sportvorstand gehen musste, was, so wie ich das verstanden habe, auch zu einem gewissen Grad jetzt, ja, taktisch-konzeptionelle, äh, oder Hintergründe hat, weil man möchte jetzt den Hertha-Weg, äh, gehen und hat damit jetzt ja zwei, ähm, ähm, ehemalige, ja, schon Funktionäre der Eintracht oder in Amt und Würden, der Eintracht, der Hertha, äh, da installiert, ähm, kam das für euch genauso überraschend, dass Bobic da jetzt quasi entlassen wird oder habt ihr das, äh, abgesehen, Patricia, du hattest gesagt, dein Freund ist jetzt nicht mehr so ganz tief im Hertha-Game, gerade wahrscheinlich aus, aus Selbstschutz, ähm, aus Selbstschutzgründen, ja, aus Selbstschutzgründen wird das nicht mehr, ähm, so exzessiv konsumiert, würde ich jetzt einfach mal sagen, ähm, klar, man kriegt noch mit, was so passiert und man schaut auch noch die Spiele, wenn die Zeit dafür da ist, äh, und nicht gerade irgendwie Arbeit oder sonst was ansteht, aber, ja, so, ich glaube, man muss sich da manchmal ein bisschen abkapseln, sonst geht man kaputt und ich glaube, ich kann es verstehen, weil wird es bei der Eintracht so drauf und, äh, drunter und drüber gehen, würde ich, glaube ich, den Verstand verlieren, ähm, aber, nee, ich weiß gar nicht, ich glaube nicht, dass das jetzt so mega abzusehen war, ich glaube, wir waren alle relativ überrascht, als die Nachricht kam, das kam ja, glaube ich, während des Spiels der Eintracht noch, ja, so rund um 19 Uhr sickert er das dann irgendwie so ein bisschen durch, äh, was auch ein bisschen irritierend war, weil, so wie ich das verstanden habe, war ja diese, diese Beschlussvorlage, falls man, falls es das richtige Wording an dieser Stelle ist, äh, zwischen, ja, Vorstand und Aufsichtsrat, die wurde ja vorher schon geschrieben und eingereicht, also ich würde mal behaupten, zumindest innerhalb der Hertha und vielleicht war deswegen ja auch Bobic in dem, in dem Interview nach dem Spiel so ein bisschen angefressen, weil ihm schon klar war, in welche Richtung, das geht aber nach außen hin, durchgesickert war es, glaube ich, zu dem Zeitpunkt nicht, dann kamen dann so, ja, 19 Uhr, 19.30 Uhr, habe ich die ersten Meldungen gesehen. Ja, skurril an der Nummer, war doch... merkwürdigen, merkwürdigen Zeitpunkt, nur um das mal so anzureißen. Das auf jeden Fall, auch Bobic hatte vorher doch noch offen, glaube ich, Schwarz kritisiert irgendwie, da war irgendwas... Ich weiß nicht, ob er Schwarz kritisiert hatte, er ist ja vor dem Spiel, nach dem Spiel, ich glaube auf jeden Fall nach dem Spiel ist er ja gefragt worden, wie es mit dem Trainer aussieht, ob es da irgendwie eine Trainergarantie geben würde oder ob man quasi Schwarz jetzt weiterhin den Rücken stärkt und da hatte er ja bestätigt, dass Schwarz eigentlich nicht zur Diskussion steht. Ich meine, wen sollst du sonst über den Verbleib des Trainers fragen, wenn nicht den Sportvorstand, also den Trainer selbst wirst du ja an der Stelle nicht fragen und die Spieler auch nicht, also war das schon klar. War das so? Ich kriege es nicht mehr ganz zusammen. Ich habe mich nämlich nur gewundert in der, ich sage mal, Kicker-Info-Line auf dem Handy hatte ich nur gesehen, dass eigentlich war es dann so okay. Ich sage jetzt mal, von der Schlagzeile her war irgendwas mit Bobic Kritik an Schwarz, dann war erst mal Dings-Derby mega verloren und hinten raus dann, wie ihr sagt, abends noch Bobic schwittern lassen. Also es war irgendwie sehr skurril und wie ihr sagt es, der Zeitpunkt ist natürlich für die Hertha schon auch sehr interessant gewählt. ja, also es wird, das ist so eine typische Position, wo du eigentlich merkst, wenn da jetzt während der Saison am, was haben wir jetzt, 18. Spieltag, der Sportdirektor entlassen wird, das ist schon, ja, das zeigt einfach, dass in der Mannschaft wirklich komplett brennt und also ich glaube, das ist ein großer Kandidat für ein Plätzchen da unten, nicht nur jetzt am Spieltag 18, sondern leider auch wahrscheinlich für längere Zeit. Also das ist ein Riesenproblem jetzt, glaube ich, für die Hertha. also das ist, ja, wie gesagt, wir wollen ja nicht zu sehr hier auch auf die Hertha jetzt eingehen, weil ich kenne mich dafür auch viel zu schlecht aus, muss ich tatsächlich sagen, dafür bin ich viel zu wenig in der Thematik drin, aber es ist ja nicht das erste Mal, dass da auch nicht das erste Mal in der kurzen Zeit der letzten zwei, drei Jahre, dass die Hertha mal wieder ordentliche Probleme produziert hat, jetzt siehst du es aber wieder so offen und Patricia, ich denke mal, dein Freund, der ist ja ja schon leidens erfahren, sag ich jetzt mal und auch für den ist es wahrscheinlich nochmal so ein kleiner Höhepunkt jetzt, also ist schon nervig, definitiv. Höhepunkt im negativen Sinne wahrscheinlich. Höhepunkt im negativen Sinne, genau. Tiefpunkt also. Das ist korrekt. Danke. Es ist halt, ja, ich glaube, man wundert sich aktuell, glaube ich, nicht mehr so wirklich, wenn da was passiert, weil man ist es mittlerweile gewohnt und was es nicht besser macht. Ja, die Hoffnung, die Hoffnung ist auch so ein bisschen tot, würde ich jetzt mal so schätzen, weil wenn halt, also ne, was soll da noch für eine gute Entscheidung kommen? Es ist irgendwie die ganze Zeit, der Trainer geht, dann kommt ein neuer Trainer, beim neuen Trainer weißt du schon irgendwie, das wird nichts, dann kommt Sandro Schwarz, denkst du dir, oh ja, eigentlich, ne, vielleicht könnte es was werden, ist ja gar nicht so ein schlechter Trainer, läuft dann trotzdem nicht, der Kader ist nicht gut zusammengestellt, dann hast du einen Sportdirektor, kam irgendwie Fredi Bobic von der Eintracht, wegen Heimat und Familie, ist er in Berlin, hat jetzt irgendwie auch nicht so funktioniert, deswegen ist der wieder weg, zwischendurch hast du noch Lars Windhorst, der jetzt aber auch wieder weg ist, ja, es ist halt komplettes Chaos und ich verstehe es, wenn man da nicht mehr allzu große Hoffnungen hat, zumal es auch sportlich ja wirklich nicht gut läuft und ja, das spiegelt sich ja wieder in der Tabelle und ich habe auch das Gefühl, das sind auch so ein bisschen so, ja, du musst halt irgendwen feuern, du musst irgendwas machen und wenn es nicht der Trainer ist, dann ist es diesmal der Sportvorstand, der Sportdirektor, keine Ahnung, wen man noch rausschmeißen kann, einfach so Zeichen setzen, weil wir machen was, weil bei uns brennt die Hütte und wir steigen ab, aber irgendwas müssen wir tun und so fühlt sich das gerade irgendwie an, ich weiß nicht, so tief bin ich auch nicht in der Materie, ich habe mich damit nicht so krass auseinandergesetzt, aber nach außen wirkt es so verzweifelt irgendwie. Ich bin so ein bisschen unentschlossen, ob das tatsächlich verzweifelt ist oder ob das jetzt einfach so dieses, okay, diese Saison haken wir ab und wir gehen jetzt eher auf einen Langfristplan, weil, ich sage mal, kurzfristig so im Alltagsgeschäft weiß ich nicht, ob jetzt tatsächlich außer mental und Motivation und wir haben das verstanden, diese Entlassung des Sportdirektors da jetzt so eine große Auswirkung auf den Alltag hat. Ich glaube, da hat so eine Trainerentlastung hat dann immer schon mehr Impact, wie man ja neudeutsch sagt. ich weiß nicht, ob das bei der Entlassung von Bobic an der Stelle jetzt genauso ist oder ob das nicht halt eher so ein langfristiges Thema ist. Von daher bin ich dieser Hektik oder dieser, ja Hektik hattest du es glaube ich genannt, da stimme ich nicht so ganz, nicht so ganz überein. Verzweiflung hatte ich es genannt. Ne, auf den Alltag hat das glaube ich weniger Auswirkungen, aber es wirkt vor allem zu diesem Zeitpunkt, also es war ja jetzt auch noch okay, paar Tage, aber das Transferfenster geöffnet und genau in diesem Transferfenster wirfst du noch deinen Sportvorstand raus. Toll bekloppt. Es halt irgendwie wirkt halt so wie, ja der muss jetzt sofort weg, warum auch immer das jetzt auf einmal so eine Eile hat und man nicht sagt, hey lass das doch erstmal in Ruhe zusammen gehen, wir schauen mal. Natürlich, man hat ja schon Leute, die übernehmen und das sind ja auch Leute aus, die den Verein kennen, die eine Geschichte mit dem Verein haben, aber ich weiß auch nicht, ob dieser Hertha-Weg oder diese Hertha-DNA, die da jetzt dabei sein soll, ob das alles ist, was hilft, weil wie gesagt, Bobic hatte ja auch eine Vergangenheit mit der Hertha und ja scheinbar hat das jetzt auch nicht so gut gepasst, wie man sich's vorgestellt hat. Ich glaube tatsächlich auch der Trainer wird's auch nicht mehr lange machen. Dafür läuft's einfach nicht gut genug und irgendwas versuchst du dann ja doch nochmal, wenn du kurz vorm Abstieg stehst. Meistens, wenn du nicht mit dem Trainer in die zweite Liga gehen willst, versuchst du ja trotzdem nochmal was. Die Luft wird natürlich da an der Stelle mit Sicherheit dünn nach unten hin. Ich meine, die Hertha steht jetzt auf Platz 17, hat jetzt vier Punkte Vorsprung auf Schalke und nur zwei Punkte Rückstand auf Bochum und Stuttgart, aber ja, ist natürlich jetzt auch so ein Thema, dass die da einfach auch ja, so ziemlich unter Zugzwang sind. von daher kann ich dem schon nachvollziehen, dass der Trainer da auch so ein bisschen jetzt angezählt ist, wobei man hat jetzt ja auch nochmal Spieler jetzt heute auch verpflichtet. Das ist die Frage, wann die tatsächlich jetzt zum Einsatz kommen, aber da hat man ja an der Stelle jetzt auch nochmal was getan. Also ich würde mal schätzen, dass da jetzt schon noch so zwei, drei, vier Spiele ins Land gehen, bevor da irgendwas passiert, aber die viel spannendere Frage ist ja, was hat dieses ganze Durcheinander, was da jetzt ist, was hat das für Auswirkungen auf das Spiel, was jetzt am kommenden Samstag 15.30 stattfindet? Also wie gefährlich macht das die Hertha für die Eintracht am Samstag im Zeitraum 15.30 bis 17.15, lieber Dennis? Boah, also normalerweise hätte ich gesagt, das ist super gefährlich, weil die Hertha eigentlich zum Gewinnen verdammt ist. Jetzt muss ich aber an der Stelle sagen, die Qualität passt eigentlich momentan noch nicht. Und die Spieler, ich habe jetzt nicht genau verfolgt, wen die Hertha heute noch verpflichtet hat, aber ich glaube, dass auch die Spieler eine gewisse Eingewöhnungszeit brauchen, um diesen Karren wirklich aus dem Dreck zu ziehen. Und an der Stelle ist es wirklich meiner Meinung nach so, das Ding hängt richtig fest, wenn die Eintracht einigermaßen performt und ja, dann sollten wir da schon auch wieder mit drei Punkten im heimischen Stadion rausgehen. Hertha ist eher, das Gefährliche ist hier, dass es für mich schwierig einzuschätzen ist, inwieweit hier jetzt so ein, ja jetzt erst Recht-Effekt eigentlich stattfindet, wobei, ihr habt es richtig gesagt, der eigentlich eher gewesen wäre, wenn es schwarz gegangen wäre, als jetzt diese Bobic-Geschichte. Ob die neuen Spieler sofort performen, keine Ahnung, wie gesagt, dafür beschäftige ich mich, habe ich mich viel zu wenig mit der Hertha generell beschäftigt, ja, muss man gucken, aber prinzipiell von den Spielen her vorher, was jetzt so abgeliefert wurde, also da habe ich eigentlich keine Angst vor, vor der Hertha. Wie wir ja gerade eben gelernt haben, beschäftigen sich auch Hertha-Fans sehr wenig mit der Hertha. Selbstschutz. Ich weiß jetzt nicht, ob das repräsentativ für alle ist, aber jeder geht mit Situationen anders um, ne? Ja, ist richtig, das ist richtig. Und wie geht ihr denn mit der Thematik der Aufstellung bei der Eintracht da am Samstag um? Da Dennis jetzt gerade eben seine TK hatte, bist du jetzt natürlich wieder dran, Patricia. Wie würdest du denn aufstellen? Jetzt musst du bitte einmal kurz deinen Schweizer Modus verlassen und mir hier elf Spielernamen nennen. Ja, ich würde glaube ich auf jeden Fall offensiver als gegen die Bayern reingehen. Erstens ist es ein Heimspiel, zweitens musst du auch einfach zeigen, hey, wir sind zu Hause, wir sind gerade in einer guten Form und ihr seid es nicht. Punkt. Und dann einfach das eigene Spiel durchdrücken. Von daher, ja, die Abwehr, ich glaube, Hasebe würde ich wieder rausnehmen. Einfach nicht, weil er schlecht ist oder so, sondern aus Gründen, wir brauchen ihn noch und so weiter und so fort. So ein bisschen Belastungssteuerung, deswegen Trab. Links würde ich, ich überlege gerade, ob Philipp Max direkt starten kann oder nicht. da bin ich mir ein bisschen unsicher. Wen würdest du denn, bleiben wir mal gerade bei der Innenverteidigung, wen würdest du denn außer Hasebe da oder anstatt von Hasebe in die Mitte stellen, weil das Endika und Tutor spielen ist ja glaube ich quite obvious. Genau. Ich glaube, ich würde Smallchitz spielen lassen, wenn ich mal so überlege. Ich glaube, er wäre da die logische Option, oder? Finde ich gut. Ich bin nach wie vor kleiner Smallchitz-Fanboy. Links waren wir da jetzt. Ja, genau. Links. Ich weiß gar nicht, wie es aussieht. Ich weiß halt ehrlich gesagt nicht, das kommt glaube ich vielleicht sogar zu früh für einen Neuzugang. Vor allem als Starter. Ich würde vielleicht sogar eher nochmal Knauf links und Buta rechts spielen lassen. Ja, weil ich glaube, es einfach zu früh kommt für jemanden, der jetzt noch nicht die ganze Woche mit der Mannschaft trainiert hat und so weiter und so fort. Muss ja auch nicht starten. Genau. Vielleicht kann man ihn ja auch so reinschicken. Vielleicht braucht er nochmal eine Woche. Mal schauen. Aber ich glaube, ich würde es jetzt nicht übertreiben. Es eilt ja nicht und es kommen noch genug Spiele. Von daher würde ich da glaube ich mit Knauf und Buta gehen. Ja, und dann du hattest gesagt offensiver bedeutet in der Mitte dann wieder unsere favorisierte Doppel-Sechs-Achter-Kombination So-Kamada? Mhm. Würde ich machen, ja. Okay. Weil Rode dann ja auch, ich glaube, am Mittwoch ist dann gegen Darmstadt direkt das Pokalspiel. Dienstag. Dienstag schon, ja. Da sehe ich dann eher einen Rode auch vielleicht sogar wichtig. Es ist ja so K.O.-Spiel, Pokal, Flutlicht. Das ist so ein bisschen so ein Rode-Spiel. Eine ekligere Umgebung auch. Ich glaube, Darmstadt wirklich ein bissiger Gegner. Von daher würde ich da einen Rode vielleicht eher sehen und ihn daher dafür auf jeden Fall schonen. Und ja, der kann ja auch später dann zur 70. noch reinkommen. Deswegen So-Kamada und der Rest stellt sich ja von selbst. Götze, Lindström, Kolomor nie. Da würde ich auf gar keinen Fall irgendwas ändern. Ich glaube, das stellt auch niemand jemals in Frage. Nee, das glaube ich auch nicht. Also solange die drei da sind, ist es glaube ich sehr offensichtlich, dass das deine Offensivachse ist, es sei denn, da wäre jetzt irgendwer tatsächlich verletzt oder irgendwie gesperrt. Ansonsten ist das einfach die Offensivreihe, mit der du da agieren wirst. Ist auf jeden Fall gut so, ja. Hast du Anmerkungen, Dennis? Anmerkungen? Anmerkungen, ja. Ich sage mal, Patrizia hat es genau richtig gesagt, mit Knauf, links ist gut, ist solide, Max kann jederzeit reinkommen, Rode, ja, bin ich auch dabei. Das Problem ist hier so ein bisschen, ich hätte gerne diese Stabilität, die ich sehr auf Rode zurückführe, die gegen die Bayern, die ich da gesehen habe, hätte ich gerne auch nochmal gegen die Hertha gehabt. Jetzt haben wir wieder das Belastungssteuerungsproblem bei Rode, wo ich sage, oh je, das ist ein ganz schön knackiges Programm, weil gegen Darmstadt ist er auch unglaublich wichtig, heißt, da wirst du wahrscheinlich aus der Sicht, weil ansonsten hätte ich tatsächlich Rode hier aufgestellt, wenn ich wüsste, der kann trotzdem gegen Darmstadt die gleiche Power und die gleiche Spielwitz wieder mit auf den Platz bringen, aber wenn er mir danach dann ausfällt, habe ich da nichts gewonnen, deshalb logischerweise dann doch der Wechsel erstmal Kamada auf die Position und ihr sagt zwar vorne, die drei stellen sich automatisch auf, für mich wäre dann der logische Wechsel vielleicht auch hier auch in der Stelle nochmal gewesen, Rode auf die Doppel 6 und vielleicht mal Lindström und Kamada zu tauschen in so einem Spiel, muss jetzt natürlich nicht von Anfang an sein, es wäre wieder so eine Einwechslungsgeschichte vielleicht auch, aber es sind so Geschichten, wo du einfach zum Glück mittlerweile, und das hätten wir uns ja auch alle für die Innenverteidigung gewünscht, dass wir jetzt noch neun Spieler haben, dass wir auch dieses Luxusproblem in Anführungszeichen haben, was wir da vorne haben, dass eine richtig feste Riege steht, die drei vorne sind super geil, aber auch da muss man gucken, dass man vielleicht mal, und da hast du mit Kamada auch jemanden oder auch einen Bore, das sind einfach Spieler, die kannst du wunderbar noch bringen, ja, von der Bank her, deshalb von der Aufstellung her bin ich voll bei euch, der Einzige, wo ich sage, Rode, ich hätte ihn gerne in dem Spiel gesehen jetzt gegen die Hertha, sinnvollerweise, einfach der Belastungssteuerungstechnik, wird es wahrscheinlich Sinn machen, ihn zu schonen, ansonsten die Stabilität, seid ihr schon dabei, oder, also dieses Gefühl, was wir gegen die Bayern gesehen haben, ich will nicht, dass die Mannschaft defensiver steht, sondern das kannst du als der Glasner auch sagen, bitte die Reihen ein bisschen weiter nach vorne, das war ja schon so, dass die kaum über die Mittellinie gegen die Bayern gegangen sind, auch in der ersten Halbzeit. Ja, das war halt wirklich ein taktisches, ein taktisches Kalkül, das lag jetzt nicht daran, dass ein Rode da jetzt gespielt hat, das war halt einfach die Vorgabe, diese Vorgabe wird es meiner Meinung nach gegen die Hertha nicht geben, weil warum solltest du das tun, zumal du ja auch zu Hause spielst, wie Patrizia schon so richtig gesagt hat, also ich kann deinen Punkt verstehen, Dennis, ja, ich glaube, du kannst Kamada jetzt in dem Moment auch nicht außen vor lassen, weil er natürlich ja auch im Spiel gegen die Bayern den entscheidenden Pass dann auch zu einem zu einem Moani gegeben hat und da eigentlich auch ein sehr solides Spiel dann in den in den 25, 30 Minuten gemacht hat, die er auf dem Feld war, ich glaube, du könntest ihm das jetzt nicht komplett verwehren, in der Alternative einen Götze draußen zu lassen, der jetzt vielleicht nicht so oft den letzten Pass spielt, aber sehr oft diesen vorletzten Pass, also ich würde da schon, glaube ich, gerne so aufstellen, also ich wäre in der Aufstellung tendenziell eher dabei, wie Patrizia das gerade eben gesagt hat. Mach mal. Ich verstehe den Stabilitätsaspekt, aber jetzt, wo du es nochmal angesprochen hast, also wahrscheinlich ist es auch ein Ding, Rode und Hasebe beide rauszunehmen, dass du da so ein bisschen diese Sicherheit verlierst aufgrund, weiß ich nicht, fehlender Erfahrungen von Smolchic oder Kamadas eher offensiv ausgerichteter Art, weiß ich nicht, aber ich glaube, wenn, dann würde ich sogar eher Hasebe statt Smolchic in die Mitte stellen in der Abwehr, also wenn ich jetzt aufgrund Stabilitäts, wegen der, aus Stabilitätsgründen da was umstellen würde, würde ich, glaube ich, eher Hasebe wieder in die Innenverteidigung, also in der Innenverteidigung lassen, Smolchic auf der Bank und dafür aber dann die So Kamada, das kreative So Kamada Mittelfeld stellen, weil ich glaube, ja, Kamada, also ich würde Kamada, glaube ich, ungern draußen sitzen lassen in dem Spiel, ja, und Rode, wie gesagt, ich, ja, würde ihn gern irgendwie ein bisschen schonen zumindest. Das wäre ich komplett dabei. So, dann brauchen wir bitte noch Ergebnistipps von euch und der Dennis steht hier zuerst in meiner Liste, deswegen darf er anfangen. Das wird in meinen Augen mal ein klare 3-0-7. Patrizia? Ich gehe mit einem, ich gehe auch mit drei Toren mal, wollen wir mal so positiv sein, aber ich glaube, irgendein Ärgernis passiert, deswegen 3-1. Ja, ich bleibe bei meinem ersten Gedanken, der kam mir ungefähr 23 Millisekunden bevor Dennis 3-0 gesagt hat, ich sage nämlich auch 3-0. Sehr gut. Einfach, weil ich eine stabile Defensive... Es wird bestimmt jetzt so ein richtig zähes Spiel, wenn wir alle drei Tore tippen. Ja, wird wahrscheinlich am Ende des Tages realistisch irgendwie so 0-0 der schlechteren Art und man ärgert sich, dass man damit den Samstag-Nachmittag verbracht hat. Die sind ja wirklich nicht gut drauf. Ich will jetzt die Hertha nicht irgendwie stärker machen, als sie ist, aber ich will sie auch gleichzeitig nicht unterschätzen, weil ich glaube, so Ansätze sind sogar da, es ist aktuell auch so ein bisschen Pech mit dabei, ich glaube, die sind schon schlecht, aber nicht so, dass man sagt, die sind komplett chancenlos und das geht gar nicht, dass die jemals wieder ein Spiel gewinnen werden. Und das ist so das Ding, also ich habe es jetzt nicht gesehen gegen Union, aber ich glaube, Union war sehr, sehr effizient unterwegs. Und genauso gegen Bochum wurde, glaube ich, war das auch mit einem aberkannten Tor bei der Hertha ein bisschen ärgerlich, weil die eigentlich in Führung gegangen sind und so weiter und so fort. Also so komplett, komplett tot sind die nicht, glaube ich. von daher habe ich da so ein bisschen Respekt vor, weil man kennt ja auch die Eintracht, die macht dann auch gerne mal den Ausrutscher, da nochmal jemanden zu versuchen, wiederzubeleben. Und ich hoffe aber nicht. Die alte Eintracht darf nicht zurückkommen, bitte. Das ist wirklich, wie du sagst, Patricia, das ist normalerweise ja die Tugend und die gute alte Eintracht gewesen. Das wollen wir auf jeden Fall nicht sehen am Wochenende und was ich unbedingt sehen will, sind bessere Freistöße und Standards. Ihr habt es ja schon gesagt, oh Gott, oh Gott, was war da denn los? Lass uns nicht die Diskussion aufmachen, ich glaube, da können wir dann noch irgendwie hier 15 Wochen damit verbringen. Lass mal gucken, wie die Standards werden in diesem Spiel und ansonsten regen wir uns einfach nächste Woche, wenn wir nicht über Transfers reden, müssen dann mal 45 Minuten über schlecht geschossene Ecken auf. Gut, halten wir so fest. Dann machen wir das so. Hervorragend. Dann, liebe Freunde der gepflegten Eintracht-Unterhaltung, sind wir durch mit der Sendung in dieser Woche. Wir sagen vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich möchte an dieser Stelle nochmal werben dafür, den Eintracht-Podcast, also uns finanziell zu unterstützen. Das könnt ihr tun, indem ihr auf eintracht-podcast.de geht. Da gibt es die Seite Supporter, findet ihr alle Möglichkeiten, wie ihr uns hier unterstützen könnt. Wir melden uns in der nächsten Woche auf jeden Fall in gewohnter Art und Weise wieder, allerdings nicht am Dienstagabend, weil, wie wir gerade eben ja gelernt haben, findet da ein DFB-Pokalspiel statt. Das heißt, wir werden sehr wahrscheinlich danach aufnehmen genaueres, wann wir aufnehmen oder wann die Sendung dann sehr vermutlich zu hören sein wird in der Konserve, findet ihr dann auch auf der eben von mir genannten Seite. Wir wünschen euch bis dahin eine wunderschöne Restwoche, ein angenehmes Fußballwochenende und melden uns in der nächsten Woche. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.